Hallo und herzlich willkommen zum Buffcast Nummer 594. Es sind schon wieder zwei Wochen rum in der Welt der MMOs und wir sitzen erneut in der virtuellen Tonkabine und sprechen über so einiges, unter anderem WoW Dragonflight und noch ein paar andere Themen, zu denen wir später kommen. Und dazu habe ich mir den lieben Carsten geholt. Hallo! Ja, ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Philipp, wir müssen reden. So viel fand ich es gar nicht. Tatsächlich fand ich die letzten zwei Wochen im Vergleich zu den Wochen davor relativ ruhig, wobei mein Fokus natürlich ganz klar auf WoW liegt. Wer den Buffcast hört, der weiß das. Da passiert jetzt nicht so viel, aber der Carsten hat ein paar Infos mitgebracht in Zuspielen, in denen einiges mehr passiert ist oder auch nicht passiert ist. Vor allen Dingen tatsächlich Branchen-News, die recht spannend sind. Und weniger News um Spiele, weil einfach viel passiert. Man kennt das auch schon aus den letzten Jahren. Viel wird verschoben. Man kennt das aus den letzten Monaten. Viel wird akquiriert. Die ganze Games-Branche, die richtet sich so ein bisschen neu auf, stellt sich neu auf für das Metaverse oder was auch immer man für Strategien fährt. Ja, da sind wieder ein paar Sachen passiert. Ja, alles kauft sich gegenseitig. Wir haben ja, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass wir glauben, dass irgendwann auch die Gaming-Industrie quasi nur noch in zwei oder drei großen Firmen sich ausläuft. Zumindest ist das eine der Befürchtungen, die man haben kann. So wie wir es ja in anderen Branchen schon sehen, also Filme oder sowas, wenn man sich anguckt, was Disney quasi alles aufgekauft hat und wie viele Global-Player es da nur noch gibt. Aber da kommen wir später zu. Jetzt wollen wir anfangen mit natürlich WoW Shadowlands bzw. WoW Dragonflight. Da gab es tatsächlich in den letzten zwei Wochen nicht ganz so viel News. Es sind ein paar Kleinigkeiten angekündigt worden. Hier und da haben die Entwickler mal Sachen klargestellt bezüglich Handwerk und bezüglich anderer Dinge. Keine wirklichen Fakten, sondern immer mal so Informationsdroplets rausgehauen vom Weg, was sie womit bezwecken wollen. Und natürlich ist nichts in Stein gemeißelt und alles Feedback wird mit aufgenommen und wird mit einfließen in die Entwicklung. Sie haben im Prinzip, könnte man sagen, sie haben sich gerechtfertigt für das, was sie angekündigt haben. Und alles, was missverstanden wurde, haben sie nochmal klarifiziert. Und tatsächlich auch gerade so im Council-Bereich vom Forum auch das Gespräch gesucht, auf Feedback reagiert und da dann eben auch die Chance genutzt, wie du eben schon sagtest, vor allem beim Handwerk, um einfach auch nochmal ein paar neue Details zu verraten, um hier und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Was natürlich auch bitter nötig war, weil wenn man sich nochmal die Präsentation in Erinnerung ruft, dann war die Menge an Informationen, die dabei wirklich rumkamen, erschreckend wenig. Also sie haben da in meinen Augen viel palabert, viel geredet, aber wirklich handfeste Informationen gab es tatsächlich sehr wenig. Deshalb ist das schon nicht schlecht, dass sie da nochmal ein bisschen Aufklärung betrieben haben. Ja, wird doch sicherlich jetzt so weitergehen. Ja, das denke ich auch. Sie werden da weiterhin das Gespräch suchen, werden weiterhin Sachen anpassen. Und dann irgendwann startet ja dann vielleicht auch mal so eine erste Alpha-Phase, wo man dann die fertigen Systeme begutachten kann und dann wird weiter nach Feedback gesammelt. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber dann lasst uns doch mal weg von unserer Meinung kommen und hin zu eurer Meinung. Wir hatten nämlich vor dem letzten Buff-Cast irgendwann, ich weiß nicht genau wann, die Buff-Community aufgerufen, uns mal euren Ersteindruck zu schildern. Von dem, was da angekündigt wurde, von dem, was wir zu sehen bekommen haben, was die Entwickler erzählt haben, was sie im Anschluss noch erzählt haben und so weiter. Weil wir sind natürlich ein sehr kleiner Kreis von Menschen bei uns in der Redaktion und vertreten daher ja nur einen Ausschnitt von der WoW-Community, von der WoW-Spielerschaft. Wir haben bei uns zwar relativ verschiedene Charaktere, wir haben Raider, wir haben Leute, die eher auf die Story gucken, wir haben Klassik-Spieler und so weiter und so fort. Aber dennoch, egal wie breit wir aufgestellt sind mit unserer Meinung, wir vertreten natürlich immer nur eine kleine Filterblase. Und deshalb haben wir euch gefragt, was euer Ersteindruck war oder ob ihr euch auf Dragonflight freut, ob bei euch der Hype wieder losgegangen ist. Und ja, was sollen wir sagen? Wir haben jede Menge Antworten bekommen in unseren Umfragen und wollen die heute einmal nicht einfach durchgehen, sondern tatsächlich einmal besprechen. Carsten, da frage ich dich doch mal direkt vorneweg, was hast du denn für einen Eindruck von Dragonflight bekommen, beziehungsweise von der Reaktion der Community? Fühlte es sich für dich positiv an? Also glaubst du, denkst du, dass die WoW-Community diese Ankündigung positiv aufgenommen hat, jetzt mal verglichen mit den letzten Erweiterungen? Ah, verglichen zur letzten Erweiterung, das, also Ankündigung von Erweiterungen, das ist natürlich immer höchst emotional und auch stark verbunden mit dem Setting, um das sich die Erweiterung dreht. Ich glaub, bei Shadowlands waren viele so ein bisschen skeptisch, weil sie mit den Schatten landen, natürlich erstmal nichts verbinden. Das war ja alles komplett neu, was Blizzard da designt und entworfen hat und das war auch ein bisschen abgehoben und weit weg von Azeroth. Das ist nicht so ein emotionaler Ankerpunkt wie bei zum Beispiel Battle for Azeroth, wo sich die Horde und Allianz vor den Toren von UnderCity auf die Mütze hauen. Oder wie bei Legion, wo der Allianz-König dann an der Küste die Invasion vorantreibt und mitten in die Dämonen springt und da mit übermächtigen Gegnern fast aufnimmt. Das, wenn man, wenn man das jetzt nimmt und auf Dragonflight überträgt, klar, die Drachen begleiten uns seit jeher. Die waren schon in Vanilla-WOW wichtig für den Schwarzfels, für Onyxia und so weiter und darauf aufbauen natürlich auch die ganzen anderen Sachen, die dann vor allen Dingen natürlich in Cataclysm das erste große Überthema hatten mit Todesschwinge, der aus dem Boden ausgebrochen ist. Dafür bindet man also schon was. Aber ich glaub, viele hatten wie ich so ein bisschen das Problem, dass... Der Cinematic-Trailer diese emotionalen Anknüpfungspunkte nicht geboten hat, sondern da sahen wir halt eben diesen komischen Steintypen, was dann da mit dem passiert ist und dass dann da plötzlich die Drachen aufgetaucht sind. Und da fällt es erstmal schwer, da irgendwie so anzuknüpfen und darauf aufbauend irgendwelche positiven Emotionen zu entwickeln, abseits von, ja, sieht mal wieder cool aus. Aber ich glaub, bei denen, wenn's dann um die Features geht, ist das so ein bisschen geteilt. Es gibt so Sachen wie die Drachenklasse, gerade auch der Look der Drachenklasse, der, glaub ich, so ein bisschen stärker kritisiert wird. Da können nicht alle so ein bisschen was mit anfangen. Wurde auch oft der Vergleich mit Glurak aus Pokémon gezogen. Basis halber. Aber es gibt, glaub ich, auch Sachen, die viele Spieler cool finden. Beispielsweise die Überarbeitung der Talentbäume. Dass das wieder so eher in Richtung, zurück zu den Wurzeln gehen soll. Dass man, dass man die Berufe ordentlich umkrempelt, um dafür zu sorgen, dass sie relevanter sind. Dass, dass es auch irgendwie wichtiger ist, einen Beruf auszuüben. Beziehungsweise, dass man sich da irgendwie tatsächlich auch als jemand, als Handwerker fühlt. Wie das ja zum Beispiel in anderen Online-Rollenspielen, Final Fantasy XIV. Da wird jeder Job, Job ist das falsche Wort, so heißen ja die Klassen, Da wird, da wird jeder, jedes Handwerk ja quasi als eigene Klasse verstanden. Die Level, die, wo man sich ausrüsten muss für, wo man Skills freischaltet und so weiter. Dass man wieder mehr in diese Richtung geht. Dass man die Digitalisierung zurückbringt und sowas. Also ich, ich glaube, solche Sachen wurden tatsächlich, ähm, sehr gut aufgenommen. Sachen wie die Drachenfigur wurden durchaus kritisiert. Ähnlich wie das auch bei den Pandaren damals der Fall war, ja. Da hat man auch im Vergleich hier und da gelesen, dass das nicht so richtig passt, irgendwie. Vom, vom Look her. Und dann hat man natürlich noch so Sachen wie Drachenreiten. Wo, glaube ich, viele noch nicht so richtig verstehen, was, was ist das jetzt eigentlich? Wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das spielen? Weil es einfach halt nur ein paar weniger Ausschnitte gab. Und da muss man einfach abwarten, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis gibt. Das wird sicherlich ganz anders sein als in Guild Wars 2. Das ist ja ein Vergleich, der ja oft genommen wird. Den Mats auch immer wieder gezogen hat, auch in seinen Videos und Artikeln. Um klarzumachen, dass hier handelt es sich nicht um normales Fliegen, sondern es ist tatsächlich ein Feature, was theoretisch cool sein kann. In Guild Wars 2 ist es super cool. Die Frage ist jetzt halt, wie es in WoW dann umgesetzt sein wird. Und das ist halt nur eine von vielen Fragezeichen, die es schwer machen, im Prinzip das Ganze so ein bisschen zu bewerten. Ich persönlich habe ja tatsächlich ein recht positives Fazit gezogen nach der Ankündigung, weil ich ja vorher so klar formuliert habe, was ich im Prinzip von der Ankündigung mir erhofft habe. Nämlich, dass es eher so wieder ein bisschen back to the roots geht, dass es sich ein bisschen WoW-mäßiger anfühlt, das ganze Setting der Erweiterung, dass sie eben auf diese Borrowed Power, also diese geliehenen Mächte, diese Progression, die wir über die letzten Erweiterungen hinweg hatten, wo man ewig viel Zeit reinsteckt, um seinen Charakter in der Erweiterung von der Stärke her zu pushen, nur damit man dann am Ende der Erweiterung quasi alles an der Garderobe abgibt und zurücklässt. Und das Ganze wieder von vorne beginnt, dass sie das eben so ein bisschen wieder zurückfahren wollen und dass sie dann stattdessen tatsächlich Talentbäume, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie die Talentmatrix aufgeben. Ich habe immer gedacht, dass sie das cool finden, weil sie das recht gut balancen können und gleichzeitig den Spielern viel Flexibilität geben, dass sie da eben tatsächlich wieder zurückgehen. Und ich freue mich tatsächlich einfach auch, dass es mal wieder eine neue Klasse gibt. Ja, in Final Fantasy XIV, um das wieder als Vergleich ranzuziehen, da hast du halt in jeder Erweiterung zwei neue Klassen. Und in WoW musst du halt tatsächlich auch mal einige Jahre warten, bis da eine neue Spielweise reinkommt. Und auch da freue ich mich einfach drauf. Das wird wieder frischen Wind bringen, Bock machen, einfach mal wieder was Neues auszuprobieren, was sich vielleicht ganz anders anfühlt als alle anderen Spielweisen, die man vielleicht schon hunderte Stunden gespielt hat. Also ich bin auf jeden Fall auch eher in der positiven Ecke. Ja, das klingt ja nicht schlecht. Das klingt ja tatsächlich genauso, wie mein Eindruck war, dass, ich hatte das ja auch in mehreren Kolumnen oder in der Kolumne und in Videos verarbeitet, dass der Hype so ein bisschen ausgeblieben ist, einfach aufgrund der fehlenden Emotionalität in dem Cinematic oder in der Ankündigung generell. Also auch ein Chris Madsen entfacht ja einfach einen Hype, wenn er auf der Bühne steht und rumschreit. Zumindest deutlich mehr als die Entwickler, die an einem runden Tisch sitzen und sich ein bisschen unterhalten. Aber auch ich hatte den Eindruck, dass alles sehr positiv und sich sehr in die richtige Richtung entwickelt. Und den hatten tatsächlich ja auch unsere Leser. Also Dragonflight kam relativ gut an. Wir hatten bei der Umfrage eine Skala von 1 bis 6 Sternen und Dragonflight schnitt da mit 4,2 relativ gut ab. Oder zumindest deutlich besser als die vergangenen Sachen. Und die Community hat tatsächlich denselben Eindruck, dieselbe Meinung wie du. Also auch die Sachen, die du angesprochen hast als positiv, kamen sehr gut an. Die Talentbäume waren das mit Abstand Positivste, was erwähnt wurde. Gefolgt vom Handwerk, dem Drachenreiten und dem Look der Dracheninseln. Und die Rufer und die Traktür, die kamen ja so mäßig an. Was ich daran allerdings am erstaunlichsten finde, dass gerade jetzt Blizzard sehr wenig Informationen rausgehauen hat und trotzdem alles so positiv genommen wird. Ich glaube tatsächlich, dass das eine das andere bedingt. Das ist einfach, früher hat man fertige Features vorgesetzt bekommen und sofort wurde auf die Schwachstellen dieses Features eingegangen. So nach dem Motto, hey, hier, das ist kacke und das ist kacke. Und jetzt sind die Entwickler den Weg gegangen und haben im Prinzip ja nichts gezeigt. Also weder zum Handwerk noch zu den Talentbäumen wissen wir irgendwas außer drei Bildern. Und sie haben weniger die Features verkauft an uns, sondern mehr ihre Vision oder das, was sie gerne haben möchten, verkauft. Und das kam, glaube ich, ganz gut an. Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Philosophie, die Blizzard jetzt über alle Teams hinweg durchsetzen möchte. Dass sie aber schon, wie du sagst, ihre Vision haben, dass sie aber bei allem gesprächsbereit sind und dass sie jetzt wirklich gezielt auch schauen, wie fällt das Feedback aus und was sollte man oder könnte man eventuell noch umsetzen, um dann die geplanten Features noch besser zu machen. Das merkt man, wenn man da gerade im Council immer mal wieder schaut, was Blizzard da postet, da schreiben die Entwickler sehr, sehr oft, dass Dinge noch im Fluss sind und dass das Feedback der Spieler stark davon abhängig ist, wie das Ding dann am Ende tatsächlich umgesetzt sein wird und dass da viele Diskussionen noch zieren werden. Also auch deswegen wird Blizzard sehr wenig ins Detail gegangen sein, weil sie, glaube ich, viele Details selber noch gar nicht kennen oder gerade dabei sind herauszufinden, wie diese Details konkret aussehen werden. Und klar, gleichzeitig auch natürlich haben sie sich jetzt dazu entschlossen, erstmal so einen Überblick zu geben, der relativ allgemein gehalten ist, sodass quasi jeder Spieler seine Hoffnung, aber auch Befürchtung so ein bisschen da rein transportieren kann und vielleicht auch so ein Ersteindruck sich bilden kann. So, ah, die Dracktier sehen scheiße aus oder die Dracheninseln sehen cool aus oder wie auch immer. Und darauf aufbauend werden wir jetzt halt nach und nach mit wahrscheinlich neuen Details immer wieder mal gefüttert. Und irgendwann werden dann die Server online gehen, da können wir uns die ersten Sachen anschauen. Und dann wird es halt wichtig. Jetzt ist es eigentlich egal, was Blizzard gerade macht. Dann ist es wichtig, dass Blizzard dann das erste Mal seit vielen, vielen Jahren tatsächlich dann auch wirklich auf das Feedback der Beta-Spieler und Alpha-Spieler hört. Denn das war ja gerade auch ein Problem von Shadowlands und von Battle for Azeroth, dass sie da das Feedback in weiten Teilen ignoriert haben, weil sie halt so der Eindruck, ihr Spiel besser kennen. Und dann wurden gerade diese Kernfeatures wie die Insel-Expedition und was war das andere, wo man sich hier auf diesen PVE-Kriegsfronten und Torgast, die ganzen Punkte, die da nicht gepasst haben, wurden schon in der Beta von Spielern herausgearbeitet. Und die sind trotzdem so live gegangen. Und es hat dann halt mehrere Patches gedauert, bis diese Features dann halt besser waren. Ich sage jetzt nicht gut. Also was wie die Insel-Expedition blieb halt generisch. Aber sie waren zumindest später lohnenswerter, als sie es am Anfang waren. Ja, und Torgast ist ja jetzt im Prinzip genau das, was die Spieler haben wollten. Also keine Pflicht reinzugehen, keine irgendwie Restriktionen von zweimal die Woche. Im kommenden Patch werden noch alle Flügel gleichzeitig die ganze Zeit geöffnet sein. Da kann man reingehen, wo man will. Dieser Gauntlet-Modus, der Spießrutenlauf ist schnell, knackig, herausfordernd. Ja, und ähnlich war es ja auch zum Beispiel bei der Aserid-Rüstung und all diesen Dingen. Blizzard hält dann erst mal daran fest und dann heißt es dann später, ja, tut uns leid, wir hätten da vielleicht doch auf euch hören sollen. Es ist irgendwie alles, spielt sich unrund, macht nicht so viel Spaß, wie wir gehofft haben. Jetzt ändern wir das halt dann für den letzten Content-Patch der Erweiterung. Und dann sind halt viele Spieler schon nicht mehr Teil des Spiels. Schiffs, das da Gen-Horizont segelt, sondern die haben schon gar keinen Bock mehr auf die Erweiterung. Das ist also viel zu spät. Und wenn sie jetzt tatsächlich dann nicht nur das Gespräch suchen und das Feedback dann im Forum immer schön kommentieren, sondern tatsächlich dann auch Dinge umsetzen entsprechend, dann könnte das eine spaßige Erweiterung werden. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Ja, und jetzt müssen sie es halt tatsächlich auch zeigen. Also sie haben ja gegen Ende von Shadowlands, wie du angesprochen hast, haben sie ja viele Sachen angepasst. Und tatsächlich auch, man hatte ja schon bei 9.1.5 den Eindruck, okay, das ist eigentlich nur ein Patch, wo sie die ganze Liste an Wünschen der Spielerschaft abarbeiten. Mit 9.2 ähnlich, mit 9.2.5 jetzt nochmal ein bisschen eigene Ideen quasi reingebracht. Aber jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo es erstmal ein großes Projekt, also nicht irgendwie ein kleiner Wohlfühl-Patch, sondern eine ganze Erweiterung auf dem Spiel steht, in Anführungsstrichen. Und ja, jetzt müssen sie zeigen, dass sie das nicht nur bei kleinen Dingen machen, sondern auch bei großen Dingen. Da mache ich mir aber tatsächlich nicht allzu viele Sorgen, angesichts der Wandlung, die die Entwickler durchgemacht haben. Spannend finde ich auch und durchaus erwähnenswert, dass, nochmal angesprochen, dass man so wenig weiß und die Stimmung dadurch trotzdem positiv ist, finde ich, sollte man nochmal herausheben. Weil in den letzten Jahren war es eher immer so, dass wenn Blizzard irgendwas angekündigt hatte und nicht direkt gesagt hat, wie es funktioniert, die Stimmung eher erstmal negativ war. Blizzard konnte sowieso nichts richtig machen und alles war sowieso kacke. Und ja, jetzt bringen sie da wieder irgendwas, das kann ja nur in die Hose gehen. Wir wissen zwar noch nicht genau, was sie machen, aber es wird sowieso schlecht und so weiter. Und jetzt habe ich erstmals den Eindruck, dass sich diese Stimmung ein bisschen gewandelt hatte. In den letzten Jahren hatte ich immer den Eindruck, es ist einfach gerade in und modern, auf Blizzard draufzuhauen, egal was sie machen. Wir hauen einfach erstmal mit einem Knüppel drauf und werfen ihnen alles Mögliche vor, weil in neun von zehn Fällen tritt es ja dann auch ein. Und ja, es war tatsächlich halt auch so. Aber das fand ich, hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ja, es gibt immer noch genug Leute, die gerne auf Blizzard eintreten und sie geben ja auch immer noch ordentlich Grund dafür. Jetzt letztens hatten wir ja erst News zu diesem Diversitätstool. Ach Gott. Das war ja erstmal der nächste Shitstorm. Also aus der Nummer kommt Blizzard erstmal noch eine ganze Weile nicht raus. Ich denke einfach, dass sie das, was sie da gezeigt haben, dass es einfach eine ganze Reihe von Leuten angesprochen hat. Zumindest so unterm Strich. Wahrscheinlich wird niemandem alles gefallen haben. Aber ja, wir haben ja die Umfrage eben kurz besprochen. Und das spiegelt sich halt einfach in den Kommentaren wider. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie daraus schließen kann, dass die Community als ganze irgendwie Blizzard jetzt positiver aufgeschlossen ist. Da muss man sich nur mal, hatten wir letztes Mal beim Podcast, doch, da hatten wir über das neue Mobile-Spiel im Warcraft-Universum gesprochen. Und wenn man sich da anschaut, wie viele Daumen runter es auf YouTube gab, wenn man sich da die Kommentare durchliest, der Hass ist real. Ja, das stimmt. Weiterhin. Und auch euch in der Community haben natürlich diese Informationen gefehlt. Da hatten wir auch nachgefragt. Und 40 Prozent der Spieler finden, dass es mehr Informationen zum Endgame hätte geben müssen. Ebenso viele vermissen mehr Informationen zur Story. Und ein Drittel, denen geht es wie uns, die haben einfach ein packendes, emotionales Cinematic vermisst. Und gerade so 10 Prozent ungefähr waren nur zufrieden mit der Menge an Informationen, die es gab. Also unsere Meinung deckt sich da tatsächlich schon so mit eure. Na, wir sind halt auch über die Jahre so ein bisschen verwöhnt worden durch die ganzen BlizzCon-Events. Da hatte man eben das Ankündigungspanel, wo dann ganz oft natürlich, wenn der WoW-Erweiterung ankündigt wurde, WoW als krönender Schlusspunkt. Und dann hatte man aber eben auch ein Deep-Dive-Panel und man hatte eine Q&A-Runde und noch links und rechts so ein paar Sachen. Man hatte die Interviews vor Ort. Gab es jetzt auch wieder natürlich viele Interviews. Aber wenn das alles dann so geballt vor Ort ist mit so vielen Entwicklern und den ganzen Panels und so, da kommt dann unterm Strich natürlich häufig, ja, eine größere Menge an Details da noch raus. Zumindest, wenn die Entwickler bereit sind, diese ganzen Details schon rauszuhauen. Also wenn ich mich da so an die Legion-Ankündigungen auf der BlizzCon erinnere, mit den Details zu den Artefakt-Waffen und sowas, da haben sie ja auch schon Konzeptzeichnungen für die fertigen Waffen und sowas gezeigt. Das hat einem schon nochmal eine ganze Ecke mehr den Mund wässrig gemacht. Ja, und ich glaube, früher hat man seitens Blizzard-Entwickler einfach nicht gewartet mit irgendwelcher Entwicklung, bis irgendwelches Feedback aus der Community kam. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es im Moment so der Fall ist, dass sie irgendwelche Features erstmal bis Punkt X entwickeln und sagen, okay, jetzt warten wir mal. In drei Wochen kündigen wir das ja eh an und dann gucken wir mal, was für ein Feedback kommt, bevor wir hier weitermachen und kümmern uns derweil um irgendwas anderes. Früher hat man das, glaube ich, einfach stur weiterentwickelt bis zum Ankündigungsdatum und hat dann verraten, was man quasi hat. Ja, ich glaube, das ist auch allgemein so ein Umdenken bei Entwicklerteams, Publishern, dass man sich nicht mehr so auch auf einzelne Event-Termine konzentriert, wie es jetzt die BlizzCon ist, oder auch wenn man sich die ganzen anderen Publisher anschaut, dass man pünktlich zu E3 dann irgendwie die ganz große PR-Sause zelebriert, sondern dass man eben sieht, okay, mittlerweile erreicht man über gezielt gesetzte Streaming-Events halt auch richtig, richtig viele Leute. Vielleicht auch sogar nochmal gezielter die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, wenn man das entsprechend promotet und wenn man entsprechend groß ist und so. Und dass man da einfach flexibler an die Sache rangeht und dass ein Blizzard jetzt zum Beispiel eben sagt, wir machen jetzt erstmal so eine allgemeine Ankündigung und alles Weitere können wir dann halt später genau zu den Zeitpunkten bringen, wenn es dann bereit ist, wenn es die Infos gibt und wir müssen jetzt nicht alles irgendwie übers Knie brechen, um eine möglichst fette Ankündigung für die BlizzCon zu haben. Und so machen sie auch andere. Also es gibt viele, die eben nicht pünktlich zur E3 dann ihr Streaming-Event machen, sondern die sich sogar ganz gezielt davon absetzen. Manchmal, weil sie sagen, okay, wir kommen vielleicht sogar noch vorher raus, um uns da so ein bisschen zeitlich nochmal abzugrenzen, damit wir nicht mitten in der großen Flut untergehen und andere sagen vielleicht, wir verschieben unseres vielleicht eher auf September, August, was weiß ich, weil wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, bis wir was Cooles zeigen können. Ja, ist ja per se kein schlechter Trend, finde ich. Du hast natürlich recht, bei Sachen wie in der E3 oder sowas gehen viele Sachen einfach in der riesigen Flut unter. Aber ja, um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, fast 40 Prozent aller Teilnehmer in unserer Umfrage sind so begeistert von Dragonflight, dass sie gesagt haben, ja, mit der kommenden Erweiterung kommen sie definitiv wieder zu WoW zurück. Und ungefähr 20 bis 22 Prozent haben gesagt, nee, keine Chance. Auch das kann mich nicht überzeugen, wieder zu WoW zurückzukommen. Man muss sich ja nur mal die Launcherfolge von dem Shadowlands und auch von dem Battle for Azeroth anschauen. Also quasi die letzten beiden stark kritisierten Erweiterungen. Shadowlands hat den zu dem Zeitpunkt erfolgreichsten PC-Launch aller Zeiten hingelegt, als Erweiterung eines 17 Jahre alten Spiels. Das wurde dann zwar kurz danach von Cyberpunk getoppt, aber das ist eine Hausnummer. Ja, und das bei einer Erweiterung, wo ja auch damals schon zum Launch gesagt wurde von großen Teilen der Community, na, so gut ist es nicht. Ja, aber das zeigt halt eben, dass der Name WoW durchaus noch zieht und dass die Leute zumindest so neugierig sind, dass sie dann zum Launch auch mal reinschauen wollen. Zumindest ausreichend viele. So viele, dass es halt rekordverdächtige Zahlen hinlegt. Dass die Zahlen danach dann natürlich immer drastischer, ja, fallen. Und dass das auch ein Trend ist, den man von Legion zu Battle for Azeroth zu Shadowlands sehen konnte. Da wurden ja auch Vergleiche gemacht. Wie viele Leute sind in den Mythic-Plus-Dungeons unterwegs? Wie viele Raidlocks werden hochgeladen? Das waren ja sehr drastisch fallende Zahlen, auch übergreifend im Vergleich der Erweiterung. Dann sieht man natürlich, wie schlecht Shadowlands dann erst mal angekommen ist, wie schlecht Battle for Azeroth davor angekommen ist. Und das ist natürlich dann genau der spannende Punkt, den Dragonflight meistern muss. Die Spieler dann eben länger als über die 1, 2, 3 Start-Launch-Wochen zu halten und zu begeistern. Das ist eine schwere Aufgabe. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze ausspielt mit dem Verzicht auf Borrowed Power. Weil man kann dieser geliehenen Macht ja vorwerfen, was man will. Mit Artefakt-Grind und Azurath-Grind und keine Ahnung was. Aber sie hat eine große Spielerschaft im Spiel gehalten, die halt weiter gegrindet hat. Auch wenn sie gemurrt und gemeckert haben, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und hier bin ich mal gespannt. Der Wegfall von der geliehenen Macht wird auf jeden Fall positiv entgegengenommen und positiv bewertet. Aber ob er sich nachher auch positiv auf das Spiel auswirkt und die Spielerzahlen, da bin ich noch nicht 100% überzeugt. Aber wir werden es sehen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, über was wir kurz noch sprechen wollen. Wenn denn mit Dragonflight so viele Millionen Spieler wieder zurückkehren, dann gibt es vielleicht auch wieder 2, 3 Spieler mehr, die auf Allianz-Seite spielen. Sagt der Zwerg. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit, im vergangenen Buffcast schon öfter mal drüber gesprochen, über das Ungleichgewicht der Fraktionen, was in den letzten Erweiterungen immer mehr gekippt ist. Und jetzt haben wir das Ende von Shadowlands erreicht, den finalen Raid. Die Ruhmeshalle der Horde ist voll und wir sehen, dass dieses Ungleichgewicht immer weiter kippt. Wir hatten jetzt, als die Horde die Ruhmeshalle vollgemacht hat mit 100 Kills, 100 Gilden, die den Endboss aufmütig getötet hatten, hatten wir 8 auf der Allianz-Seite. Das ist natürlich ein Witz quasi. Wir hatten in Nialothar, der letzten Erweiterung, hatten wir von den Top 200 Gilden noch 156 auf der Horde-Seite. Jetzt haben wir schon 172. In Legion waren es 150, in WOD 130, in Orgrima 130. Das heißt, man sieht ganz klar, wie es immer weiter kippt. Und das zeigt sich nicht nur an den Top-Gilden, sondern auch an den Spielerzahlen generell. Es vergeht quasi kein Tag, wo man auf Reddit nicht irgendeinen Vergleich sieht zum Gruppensuch-Tool der Horde, gegen Gruppensuch-Tool der Allianz oder Wartezeiten. Jeder Allianzler weiß, dass wenn er sich für einen LFR-Flügel anmeldet, er erstmal eine Stunde Warteschlange hat, Minimum, bis er irgendwie eine Gruppe findet. Und dass er, wenn es nicht gerade abends ist, auch überhaupt nicht nach einem Random-Raid oder irgendwas suchen muss, weil es ist halt nichts im Tool. Und ja, hier bin ich tatsächlich gespannt, was Blizzard, wie sie es dagegen machen. Sie haben ja mehrfach gesagt, sie haben das Problem erkannt. Wir oder ich hatte ja gehofft, dass Patch 9.2.5, die Aufweichung der Fraktionen, dahin weitergeht, dass wir mit der kommenden Erweiterung einfach nur noch eine Fraktion haben, damit alle Spieler gemeinsam spielen können. Das wird wohl nicht der Fall sein. Zumindest haben die Entwickler da nichts drüber gesagt, auch auf Nachfrage. Und wenn sie sagen, die neue Klasse wird für Horde und Allianz zugänglich sein, dann bedeutet das ja, dass es immer noch Horde und Allianz geben wird. Sonst würde diese Aussage relativ wenig Sinn machen. Ja, und jetzt stellt sich halt weiterhin die Frage, die Blizzard einfach nicht beantworten will. Was kann man dagegen tun oder was können sie dagegen tun? Ich nehme mal an, sie wissen es selber nicht, was auf jeden Fall wirkt, aber dass sie so gar nichts irgendwie sich dazu äußern, womit sie das irgendwie beheben wollen, das lässt mich schon irgendwie ein bisschen ratlos zurück. Ist ja auch ein leidiges Thema seit, wie lange gibt es WoW? Kam ja jetzt auch wieder auf, als WoW Classic released wurde, dass die Allianz hier im PvE durch die Paladine enormen Vorteil hat und dass die ganzen Speedrun-Gilden deswegen alles Allianz-Gilden waren und sich nur mal ganz, ganz selten irgendwie eine Hordengilde mit einer guten Zeit ganz vorne mit verirrte. Deswegen haben sie ja dann auch tatsächlich mit TBC Classic, als dann Paladin auf beiden Seiten und Schamanen auf beiden Seiten verfügbar waren, schon per Default, das war damals ja auch so, haben sie dann die wenigen Unterschiede, die es dann auch gab bei den Paladin-Siegeln. Hier haben sie dann ja tatsächlich für beide Fraktionen freigeschaltet, sodass da ein Ungleichgewicht quasi behoben wurde. Aber es gibt natürlich immer noch die unterschiedlichen Volksfähigkeiten, die dafür sorgen, dass bestimmte Völker einfach stärker sind als andere und dass gerade auf der Hordenseite eine ganze Reihe von Völkern vertreten sind, die sehr, sehr starke Boni für gewisse Dinge haben. Aber das sieht man tatsächlich gar nicht so sehr. Nee, genau das ist ja der Punkt. Das ist immer ein Argument, was angeführt wurde, aber das stimmt halt einfach nicht mehr. Die Allianz hat mittlerweile die besseren Volksfähigkeiten. Die Volksfähigkeiten machen heute halt nicht mehr ansatzweise so viel aus, wie sie vor vielen Jahren noch gemacht haben. Das sind Prozent oder Promille der DPS, HPS und so weiter. Aber das ist ja nicht mehr das Argument. Wenn es danach gehen würde, müssen die Topgilden Allianz spielen. Aber dadurch, dass das Ungleichgewicht ja schon so weit gekippt ist und die Topgilden natürlich da spielen wollen, wo auch viele andere spielen, um ihre Fans und im Falle von Split-Rates im World-First-Rates auch ihre Communities zu haben und so weiter, bleiben sie natürlich auf der Horde-Seite. Naja, das Ungleichgewicht ist so krass. Also jetzt wird man wegen einem Prozent mehr Schaden nicht mehr das Volk wechseln. Aber sagen wir mal, dass die Fraktionen werden deutlich ausgeglichen. Da kannst du davon ausgehen, dass die Topgilden immer bei der Fraktionsseite spielen würden, die ihnen das ein Prozent mehr bringen. Genau, und deshalb frage ich mich zum Beispiel, warum Blizzard nicht einfach kostenlose Charaktertransfers Richtung Allianz anbietet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn Blizzard sagt hier, die zwei Monate vor dem Start von Dragonflight können alle Hortler, die möchten kostenlos zur Allianz-Seite wechseln, dann wäre auch, dann wäre diese Hürde halt weg. Dann könnten große Gilden sagen, hey, wir wechseln alle unsere Charaktere und unsere Community, wenn ihr Bock habt, kommt halt einfach mit, es kostet euch gar nichts. Wir können einfach auf der Allianz-Seite spielen mit besseren Raciales oder da, wo wir vielleicht sowieso spielen wollten, aber aufgrund der, das Ungleichgewicht spielen wir da halt nicht. Aber es gab ja auch früher, früher große Allianz-Gilden. Also Method zum Beispiel, die wahrscheinlich berühmteste WoW-Gilde, die war jahrelang Allianz und ist dann zur Horde gewechselt wegen besserer Raciales und so weiter. Ich glaube halt, dass das zumindest mal wäre es ein Zeichen von Blizzard, dass sie sagen, hey, wir reden nicht nur, wir erzählen nicht nur in jedem Interview und in jeder Stellungnahme, dass wir das Problem erkannt haben und uns überlegen, was wir dagegen machen, sondern wir machen mal irgendwas und wir machen irgendwas, was funktionieren könnte. Und wenn es nicht funktioniert, dann, ja gut, dann funktioniert es halt, dann hat es halt nicht funktioniert, aber wir haben es wenigstens versucht und freie Charaktertransfers Richtung Allianz sind ja jetzt nichts, was irgendwie was kaputt machen könnte. Also wenn sie das für ein paar Monate einführen, die Situation wäre danach ja nicht schlimmer als vorher wegen dieser Einführung. Aber es kostet natürlich unter Umständen geht ihnen Geld verloren. Ja, mit solchen Sachen tun sie sich immer sehr schwer. Wobei ich glaube, eine Menge passieren, damit sie das in der Zeit kostenlos anbieten. Ja, wobei ich glaube, dass das nicht mal wirklich viel Geld kosten würde, weil ich denke, die Spieler, die aktuell von der Horde auf die Allianz-Seite wechseln, die wirst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen können. und die, die es dann kostenlos bei einer kostenlosen Version machen würden, die hätten es ja wahrscheinlich ohne die kostenlose Version sowieso nicht gemacht. Also ich glaube auch, das verlorene Geld in der Praxis ist wahrscheinlich zu vernachlässigen. Aber ja, es ist wie es ist. Es wird immer weiter kippen und ich bleibe einfach ratlos zurück, warum Blizzard da nichts gegen unternimmt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich meine, Dragonflight ist noch weit. Sie wollen auf Feedback hören und das Feedback diesbezüglich ist, glaube ich, unisono dasselbe. Ob im Community Council, ob im Reddit, in irgendwelchen anderen Foren, alle sagen, okay, also entweder brauchen wir eine Fraktion statt zwei oder wir müssen irgendwie ein 50-50 oder 60-40 wenigstens irgendwie ein besseres Verhältnis irgendwie hinkriegen. Und das wird sich nicht von selber lösen. Da muss Blizzard irgendwelche Anreize schaffen. Eins von beidem muss passieren. Ansonsten haben wir in Dragonflight nur noch eine Fraktion, aber nicht freiwillig. Ja, ein anderes Thema, bei dem Blizzard ruhig mehr eingreifen könnte als nur reden, ist die Boosting-Communities. Die wurden ja vor mehreren Monaten mitten aus dem Nichts hat Blizzard auf einmal sämtliche Boosting-Communities verboten und alles, was damit zu tun hängt, zu tun hat, Werbung, Mittelsmänner, bla. Im Prinzip haben sie Boosting verboten, es sei denn, es handelt sich um eine feste Gilde, um die Gildenkasse aufzubessern, irgendwie mal jemanden mitnimmt oder sowas. Hat dafür gesorgt, dass innerhalb von weniger Wochen die Handels-Channels frei von Werbung waren, die Tools frei von Werbung waren. Hat nicht so ganz lange gehalten. Mittlerweile sieht man die Werbung wieder und auch die illegalen Boosting-Communities sind immer noch aktiv, nur nicht mehr ganz so offensichtlich. Da wurde neulich erst aufgedeckt, Seb hat einen großen Artikel dazu geschrieben, da hat ein ehemaliges Mitglied einer Boosting-Community, es hat diverse Screenshots vom Discord und so weiter geleakt und wir haben dann natürlich auch uns da ein bisschen umgeguckt und ja, es sind dann immer noch Mittelsmänner aktiv, die nach Boosting-Interessierten schauen und in den Werbeanzeigen dann reinschreiben, höh, eingespielte Gildentruppe sucht oder bietet oder planen hin und her und im Endeffekt steht dahinter keine Gilde, sondern stehen immer noch die großen Boosting-Communities, die immer noch dieselben sind, die sich nur ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und auch die Top-Gilden machen da munter mit, also auch die Method-Leute zum Beispiel waren in dem aktuellen Fall jetzt, haben diese Dienste in Anspruch genommen, um Gold und Geld zu verdienen und auch Geld fließt weiterhin, also es fließt auch nicht nur Gold. Im Prinzip hat sich nichts geändert, außer dass es ein wenig aus dem Blickfeld der großen Spielerschaft gerückt ist und jetzt würde ich mal die Frage aufmachen, ist das jetzt wirklich noch schlimm, dass diese in Anführungsstrichen illegalen Boosting-Communities noch aktiv sind, weil meine persönliche Meinung ist ja, ich habe nichts gegen die Boosting-Gruppen, Boosting-Communities, ich habe weder was gegen Leute, die boosten, noch gegen Leute, die sich boosten lassen. Mir war immer nur diese ultra-aggressive, super-nervige Werbung, die das Gruppensuch-Tool durchgespammt hat, den Handels-Channel unlesbar gemacht hat, die war mir immer ein Dorn im Auge und die ist ja tatsächlich deutlich zurückgegangen, auch wenn Blizzard mehr als es zu verbieten im Prinzip nichts gemacht hat. Also sie haben meines Wissens nach keine großen Bannkeulen geschwungen und haben Hunderttausende gebannt oder Discords aufgelöst oder schieß mich tot. Findest du, dass damit das Problem erstmal gelöst ist oder müsste hier auf jeden Fall auch gegen diese Gruppen, die nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, vorgegangen werden? Naja, wenn das dokumentiert und gemeldet wird und Blizzard das überprüft, dann sollte da natürlich was dagegen getan werden, aber im Prinzip bin ich da auch recht emotionslos, seitdem der Chat wieder halbwegs lesbar ist und wie du sagst, man in der Gruppensuche nicht jede zweite Zeile überschauen muss, weil es wieder mal offensichtliche Werbung ist. Das ist jetzt schon deutlich angenehmer und das war auch das, wo es mich persönlich dann auch betroffen hat, wie alle natürlich, die den Chat nutzen wollen, um mal, weiß ich nicht, soziale Kontakte zu pflegen. Manchmal macht man das in MMOs. Das war ja abseits des Flüster- und Guildenchats und so war das ja im allgemeinen Channel zeitweise einfach unmöglich. Und ja, im Prinzip, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand sein Geld für so einen Blödsinn ausgeben will. soll er machen. Probleme hätte ich nur damit, wenn auch das mich dann spielerisch benachteiligen würde. Beispielsweise, wenn man dann im PvP dadurch starke Nachteile hätte. Aber da ich selber auch im Moment so gut wie gar kein PvP mache im Retail-Vue und die Art, wie das PvP da funktioniert und so, wie ich es eh spiele und so, würde es da auch keinen signifikanten Unterschied machen. von dem her bin ich da echt sehr emotionslos. Schmerzbefreiter, Carsten. Ja, ich bin aber es ist eine Regel halt, ne? Ja. Sollte Blizzard dann schon durchsetzen, wenn sie das als Regel definieren? Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil du kannst natürlich Discord-Ausschnitte oder wie auch immer nicht so gut mit WoW-Accounts verbinden, aber du könntest natürlich gucken, wenn jetzt irgendeiner im Tool oder so, also im Tool ist Werbung ja sowieso schon mal verboten, aber wenn jetzt irgendwo ein Charakter- Boosting-Gedönsel anbietet und der ist halt nicht mal in der Gilde oder sowas, dann brauche ich auch keinen Einstein zu sein, um zu wissen, dass der ein Mittelsmann ist. Oder im schlimmsten Fall könnte er ja vielleicht ein Twink sein oder sowas, aber das ist glaube ich nach den Dingern dann auch verboten, weil du nur Werbung machen darfst als Mitglied dieser Gruppe oder irgendwie sowas. Wie auch immer, ich bin gespannt, ob Blizzard sagt, okay, das reicht uns, die Leute werden, die damit nichts am Hut haben, werden damit nicht mehr belästigt, wir belassen es jetzt dabei, was da so im Hintergrund läuft, soll halt weiterlaufen, ist uns egal, oder ob sie dagegen weiter vorgehen. Ich wäre tatsächlich mit beidem fein, solange mich die Leute nicht stören in meinem Spielerlebnis, können sie von mir aus machen, was sie wollen. Mir gibt es kein besseres oder schlechteres Spielerlebnis, wenn ich weiß, hey, irgendwo bezahlt einer eine Million Gold, um den Endboss zu töten und jemand anders verdient eine Million Gold, weil er die Leute mitnimmt, ist mir relativ Wumpe, solange es mich nicht stört im Spiel. Und das tut es im Moment tatsächlich kaum noch. Spielt ja auch im Prinzip überhaupt keine Rolle mehr, ja, ob jemand jetzt zum Beispiel von irgendeinem Curve Erfolg, bla, irgendeinen Mount hat, es gibt drei Milliarden Mounts in dem Spiel. Es ist nicht mehr so, dass man irgendjemanden auf irgendeinem Mount durch die Gegend reiten sieht und man sich denkt, boah, cool, das hat der gemacht. Ehrlich, ich schaue durch die ganzen Mounts einfach nur durch, weil es einfach so viele gibt und bei der Hälfte weiß ich gar nicht, was man dafür gemacht haben muss, interessiert mich auch nicht. Meine Sammlung ist so groß, dass ich niemals alles reibe und auch bei der Ausrüstung, die man trägt, bei welchem Charakter sieht man direkt an der Ausrüstung, was er gemacht hat, beeindruckend ist. Dank Transmogging ist das eh nicht mehr möglich und da man auch alten Content dann irgendwann halt solo, easy machen kann, kann man sich natürlich auch alles nachträglich noch erfahren. Also im Prinzip spielt das dieses nach außen hin, hey, ich habe was geleistet. Das spielt mittlerweile so eine geringe Rolle im normalen WoW-Alltag, ist nicht mehr so, dass da irgendwie eine Traube sich um einen Spieler bildet, weil er irgendwie mit T6 in Ogrima chillt und seine beiden Gleven in der Hand trägt. Ja, sowas war früher, gehörte das mit dazu, dass es Leute gab, die Sachen geschafft haben und man hat es ihnen angesehen und es gab eine Menge Leute, die es nicht geschafft haben und deswegen wurden die Sachen oder die Leute, die das geschafft haben, dann eben halt auch angeschmachtet, bewundert, wie man das auch immer nennen will, weil die eben was gemacht haben, was der Großteil nicht gemacht oder geschafft hat. Heute verschwimmt das alles einfach komplett. Ja, so ein paar Mounts zum Flexen gibt es immer noch, dass der Foliant vom Magiaturm zum Beispiel, wenn man alle Prüfungen geschafft hat, der wird ab und zu gerne ausgepackt zum Flexen. Das stimmt, das ist natürlich ein Inhalt, wo man nicht so gut geboostet werden kann. Außer du gibst deinen Account jemandem an. Ja, was ja viele gemacht haben und viele dafür gewandt worden sind. Ja, es ist tatsächlich die einzigen Sachen, wo das im Spiel dann einem noch auffällt, ist zum Beispiel, wenn man öfter mal Random-Gruppen mitgeht oder sucht irgendwie, wenn man da so ein bisschen Random-Gruppen spielt und da wird ja dann immer noch so geguckt auf die Erfahrung der Spieler, die man einlädt oder die eingeladen werden und wenn dann irgendwer sich eingeladen ist, der offensichtlich, weiß ich nicht, heroischen Endboss getötet hat und beim dritten Boss schon überhaupt nicht weiß, was er eigentlich tun muss oder überhaupt keine Ahnung von den Kämpfen hat oder sowas, das dann merkst du schon, okay, dann guckst du nochmal nach, ah, alles klar, der hat jeden Boss im Heroisch genau einmal getötet, kannst du ja im Armory nachgucken und dann weißt du, ah, alles klar, okay, gut, wissen wir, was Sache ist, aber das ist, das passiert ja so selten und betrifft so einen kleinen Teil der Spielerschaft, dass ich da guten Gewissens drüber hinweg gucken kann. Gut, dann kommen wir mal weg von WoW und kommen, bleiben aber nochmal kurz bei Blizzard, weil du hast vorhin etwas angesprochen, was ich schon noch gerne einmal kurz zumindest diskutieren würde. Und zwar hat Blizzard es trotz all seiner Bemühungen, ähm, sich jetzt besser zu verhalten und so weiter, hat trotzdem wieder mit Anlauf ins nächste Fettnäpfchen gesprungen, man könnte auch Shitstorm sagen, ich bleib lieber bei Fettnäpfchen. Und zwar haben sie, äh, ihr Diversitätstool vorgestellt. Carsten, willst du uns vielleicht mal erzählen, was das Diversitätstool von Blizzard ist? Äh, am liebsten würde ich vergessen, dass es das gibt. Es ist halt ein Blog-Eintrag, äh, online gegangen, wo dieses Diversitäts-Space-Tool vorgestellt wurde von Activision Blizzard. Sollte halt ein, oder das ist ein System für Charakter-Design von King und, äh, von, von MIT Game Lab. Und damit will man halt sicher gehen, oder beziehungsweise damit lässt sich überprüfen, ob der Charakter, den man erstellt hat, ob der hochgradig generisch ist, oder ob der ausreichend viele diverse Eigenschaften besitzt, um letztlich dann, in Kombination mit allen anderen Charakteren, die man für ein Spiel entwickelt hat, dann quasi das volle Diversitätsangebot der realen Welt darzustellen. Und was dieses Tool so ein bisschen kritisch macht, ist halt, dass diese ganzen Eigenschaften, die man den Charakteren gibt, dass die halt bewertet werden, nach so einem Nummernsystem. Und da gab es eben ein Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, ja, ein Beispiel mit der Overwatch-Heldin Arna, die, ähm, dann quasi der ägyptischen Kultur angehört, also vom Volk her auch Arab daran ist, und für diese beiden Eigenschaften kriegt sie dann jeweils sieben Punkte. Wohingegen zum Beispiel jemand, der heterosexuell, heterosexuell ist, weil das halt, ja, quasi das 0815. der ganzen Möglichkeiten ist, die man, die kriegt diese Person halt 0 Punkte. Und man kategorisiert damit halt ganz, ganz schön viele Sachen auf eine eigentlich, wenn man es genau nimmt, ziemlich rassistische Art und Weise. Und, äh, ja, es, das Feedback auf dieses Tool war halt irgendwie so kritisch, dass Blizzard dann daraufhin den Blog-Eintrag, äh, nochmal nachträglich, äh, verändert hat, Bilder rausgenommen hat und klargestellt hat, dass dieses Tool niemals für die tatsächliche Entwicklung von Videospielen herangezogen werden soll. Weswegen sich jetzt alle fragen, okay, warum habt ihr das Ding dann so ausführlich in eurem Blog-Eintrag vorgestellt? Und was ist bitteschön dann der Sinn davon? Ja, ich fand's auch, ich fand's super weird, als ich das gelesen habe. Also, ich meine, es ist natürlich, primär finde ich's ja mal nicht schlecht, wenn's Diversität in Videospielen oder in den Charakteren eines Videospiels gibt. In einigen Fällen finde ich's ein bisschen, ein bisschen aufgesetzt und so weiter. Ähm, aber du hast es angesprochen, es ist natürlich prinzipiell hochgradig rassistisch, wenn man's genau nimmt, oder sexistisch ja auch, ähm, weil du zum Beispiel einem Araber sieben Punkte gibst, einem Asiaten Fünf, einem, einem Kaukasier Nullpunkte gibst, eine Frau kriegt fünf Punkte, ein Mann kriegt Nullpunkte, ein Diversgender kriegt zehn Punkte, ähm, und dann wurden ja noch mehr Kategorien herangezogen, wie zum Beispiel, ähm, kognitive Fähigkeiten, also auf gut Deutsch, ein, ein kluger Charakter kriegt weniger Punkte als ein dummer Charakter, äh, Körper, Körpertyp, äh, Gesichts-Schönheit und so weiter. Ähm, ich glaube, was viele da missverstehen, ist einfach durch dieses Punktesystem, dass es so wirkt, als, hey, viele Punkte ist gut, was ja nicht der Hintergrund dieses Tools ist. Es bedeutet nicht, dass wenn jemand viele Punkte hat, dass der Charakter deswegen wichtiger, besser oder irgendwas anderes ist, sondern tatsächlich nur, dass dieser Charakter sich mehr von dem Stereotyp, den wir jahrzehntelang in Videospielen hatten, sich davon mehr abhebt. Was man daraus macht, aus diesem Tool, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt, ob man jetzt sagt, hey, unsere Charaktere müssen über die Kategorien zusammen mindestens 40 Punkte erreichen, damit wir sie in unser Spiel nehmen, das wäre dann halt super bescheuert, also würde überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, gerade wenn, wenn ich sage, okay, ich brauche für mein neues Spiel, es wurde ja auch, glaube ich, es gab Beispiele für Call of Duty, wo das herangezogen wurde, ich jetzt sage, hey, ich brauche für mein nächstes Spiel einen, weiß ich nicht, einen Elite-Seal-Soldat, ähm, und gucke jetzt danach, dass der da genügend Punkte, äh, in diesem Tool holt, macht das halt von der Immersion auch einfach keinen Sinn, weil ein Elite-Seal-Soldat ist wahrscheinlich von Physical Ability, was da drin war, auch als Kategorie, ähm, wird er keine zehn Punkte erreichen, weil ein, ein unförmiger 160-Kilo-Klotz halt kein Ziel-Soldat wird und eine kognitive Fähigkeit, wenn die, äh, quasi nicht vorhanden ist, wird er auch kein Ziel-Soldat und so weiter und so fort, ähm, das finde ich tatsächlich, äh, das deutlich Kritischere daran, dass einfach viele, dass dieses Punktesystem mit viele Punkte gut, wenig Punkte schlecht, ähm, verbinden und wie du es dann halt im Endeffekt einsetzt, ob du sagst, wir brauchen mindestens so und so viele Punkte oder ob du halt auch einfach sagst, okay, ähm, es ist uns im Prinzip vollkommen, vollkommen Wumpe, wir gucken, dass wir von, von 30, 40 Charakteren da so ein bisschen durch die Bank alle haben, ähm, verschiedene Angebote, aber dafür braucht man dann im Prinzip dieses Tool nicht, weil das siehst du ja dann auf den ersten Blick, ob du dein, dein Heldenangebot in Anführungsstrichen, ob das alles nur aus ein und derselben, aus einem und derselben Charaktertyp, Stereotyp besteht. Ja, ich finde das Thema eh schwierig, weil ich bei vielen Spielen das Gefühl habe, dass es dort möglichst divers zugehen soll, einfach nur aufgrund dem Wunsch, möglichst divers zu sein, aber nicht, weil es irgendwie zum Setting passt oder weil man damit irgendwie, äh, die Realität abbilden möchte. Also klar, die Realität ist super divers, aber die Realität von, von, von vielen Gesellschaften, je nachdem, in welchem Jahr das Spiel spielen soll, was für eine sozialen Schicht und so weiter, äh, war das Leben zu dieser Zeit nicht so divers. Und auch jetzt, wenn ich mich so umgucke in meinem Bekanntenkreis und sowas, da ist natürlich auch mal ein homosexuelles Pärchen dabei oder sowas, aber ich kenne zum Beispiel niemanden, der sich selber vom Geschlecht her als Bärs einordnen würde, aber dennoch gibt's mittlerweile fast in jeder Serie, in jedem Film, in jedem Spiel jemanden, der, der irgendwie in diese Rolle gedrückt wird und das teilweise eben dann halt auch in Situationen, Settings, äh, Geschichten, also und so wird ja sogar irgendwie die, ähm, sexuelle, die sexuellen Vorlieben von Charakteren in irgendwelchen Charakter-Memos, Sheets mitgeteilt, bei denen das überhaupt keine Rolle spielt für das Spiel, weil es zum Beispiel ein Shooter ist und jetzt kein Rollenspiel, wo man auch die Chance hat, äh, irgendwelche sexuellen Tätigkeiten durchzuführen, weiß ich nicht, bei einem Mass Effect oder sowas, wobei man da in dem konkreten Beispiel jetzt natürlich die Wahl hatte, in welche Richtung man gehen will, aber weißt du, da würde es vielleicht Sinn machen, wenn man weiß, okay, man schlüpft jetzt in eine Rolle und, äh, der Kerl, den ich spiele, der steht auf Männer und dementsprechend gibt's die Möglichkeit, männliche Romanzen, äh, Romanzen mit, mit Männern irgendwie einzugehen, aber wenn ich jetzt einen Shooter spiele und es geht nur darum, irgendwie, weiß ich nicht, Capture the Flag zu spielen, möglichst viele Fracks einzusammeln, warum muss ich dann wissen, ob mein Lucio, den ich steuere, ob der auf Kerl oder auf Frauen steht, macht für den kompletten, das wird nur eingebaut, damit man dann sagen kann, ja, hier an dieser Stelle sind wir jetzt gerade besonders divers, weil wir eben nicht nur Heterosexuelle haben, sondern im Prinzip die ganze Bandbreite abbilden. Genau, das könnte man, eigentlich könnte man das wunderbar ignorieren, wenn man es quasi nicht mit einbindet, also wenn du nicht bei jedem Charakter das dazuschreibst quasi, dann kannst du es dir halt auch nicht vorwerfen lassen, also wenn, wenn du jetzt ein, ein, weiß ich nicht, ein Call of Duty mit 25 Charakteren irgendwie hast oder keine Ahnung was und dann schreit einer, hey, das ist gar nicht divers genug, da sind keine Homosexuellen oder irgendwas dabei, dann kannst du als Entwickler dich eigentlich einfach hinstellen und kannst sagen, wieso nimmst du jetzt also quasi an, dass du alle heterosexuell bist, bist du so engstirnig, dass wenn wir das nicht dazuschreiben, du grundsätzlich davon ausgehst, dass sie heterosexuell sind. Ja, das ist ja auch nicht, im realen Leben ist es ja auch nicht so, dass man solche Details jedem mit dem Hammer aufs Fressbrett drückt, sondern das, das wird dann vielleicht halt in Nuancen irgendwie klar, wenn man sich dann mit den Personen beschäftigt, aber gerade diese, diese Holzhammer-Umsetzung, die stört mich halt in vielen Serien, Filmen, Spielen halt auch. Und da gibt es ja auch schöne Beispiele, wo sie es sehr viel schöner gemacht haben, also wir müssen wahrscheinlich gar nicht so weit schauen, wir können zum Beispiel auch auf WoW schauen, auf Pelagos, wo das im Prinzip ja auch der Fall war, als Transgender-Charakter, glaube ich, der irgendwie im Vorleben eine Frau war und jetzt in Schattenland ein Mann, optisch zumindest, wo das halt nicht viel weiter thematisiert wurde, wo das halt so im Nebensatz quasi oder als gegeben, es war halt einfach so, es spielte irgendwo in irgendeiner Zeile kam das raus und das wurde dann nicht irgendwie einem auf die Nase gebunden oder ich habe zum Beispiel jetzt gerade just nochmal die Marvel-Filme geguckt, da wurde ja dann auch klargestellt, dass Loki zum Beispiel bisexuell ist, dass er was mit Männern und mit Frauen hatte, das spielte für die Geschichte keine Rolle, also wurde es nicht ausgebreitet, wurde nicht irgendwie dem Zuschauer auf die Nase gebunden nach dem Motto, hey, wir haben hier bei unseren Superhelden sind auch welche dabei, die homosexuell sind oder bisexuell oder wie auch immer, es wurde da halt einfach als selbstverständlich etwas, was man nicht ausbreiten muss, was man nicht extra erwähnen muss, sondern was es halt einfach gibt und gibt es auch da, ohne dass man das Ganze groß thematisieren muss und das finde ich die wesentlich bessere Methode. Ich bin aber mal gespannt tatsächlich, wie viel in den nächsten Wochen dieses Tool noch uns auf Reddit, 9gag und keine Ahnung, was überall begegnen wird, wo dann irgendwelche Serien- und Filme-Charaktere da drin bewertet werden und rausgestellt werden, welche Serien und Filme besonders diverse Casts haben. Ja, haben sie jetzt ein bisschen Pandora's Büchse geöffnet für das Internet. Ja, und egal welcher Held als nächstes in Overwatch kommt oder Charakter in WoW garantiert, wird zu jedem dieses Tool nochmal ausgepackt, um zu gucken, wie viele Punkte er gemacht hat. Ja, aber das soll es dann damit auch sein. Dieses Tool hat in meinen oder in unseren Augen keinerlei Daseinsberechtigung, aber gut. Wir werden wahrscheinlich auch nie erfahren, warum Blizzard auf die colorreiche Idee gekommen ist, zu sagen, hey, sowas haben wir. Wir erklären euch jetzt mal, wie das geht und dann erzählen wir euch nachher aber, dass wir es nie benutzt haben und nie benutzen wollten und ja, makes no sense at all. Gut, dann kommen wir weg von Blizzard und kommen zu anderen Spielefirmen und da hat der gute Carsten ja am Anfang schon angekündigt, dass es in der Branche gibt so die eine oder andere interessante News. Und ja, der Kaufwahn in der Gaming-Branche geht weiter. Wer hat denn jetzt schon wieder irgendwen gekauft, für wie viele Milliarden? Milliarden waren es nicht. Aber was gerade natürlich sehr, sehr spannend ist, dass alle im Prinzip noch auf vor allem Aktionen von Sony warten, weil es der Sony-Chef auch gesagt hat, wir wollen nach dem Kauf von Bungie und Haven, wollen wir noch weitere Studios akquirieren. und das quasi als, ja man könnte sagen, Antwort auf den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, der immer noch in der Schwebe ist. Das muss ja immer noch abgesegnet werden. Aber da erwarten viele immer noch Großes und ein Name, der da immer wieder mit reinfiel, war Square Enix. Weil Square und Sony war das japanische Traditionsunternehmen und die auch schon immer mal wieder zusammengearbeitet haben und die auch von ihrer Mentalität so ein bisschen auf einer Wellenlänge sein sollten. Und tatsächlich kam Square Enix vor einigen Tagen in den News vor, als es wieder mal um Übernahmen gab. Aber tatsächlich hatte Sony damit nichts zu tun. Das war sehr, sehr überraschend. Denn stattdessen war es die Embracer Group, die sich von Square Enix quasi fast alle westlichen Assets für den Schnäppchenpreis von 300 Millionen US-Dollar gesichert haben. Und mit westlichen Assets meine ich zum einen 50 Marken, zu denen unter anderem auch richtig ikonische, wie Tomb Raider, Deus Ex, Thief gehören. Aber dann eben auch die zugehörigen Studios. Crystal Dynamics, Square Enix Montreal und Eidos Montreal. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Zum einen aufgrund des Preises. Und zum anderen, weil das mal wieder sehr, sehr schön zeigt, wie schwer es Studios heutzutage haben, wenn sie sich auf Story-Singleplayer-Erlebnisse konzentrieren. Auf Triple-A-Produkte, die tatsächlich darauf ausgelegt sind, nicht wie ein Games-as-a-Service-Produkt über einen langen Zeitraum Geld einzuspielen, sondern die man im Prinzip in 20, 25, 30 Stunden durchspielen kann. Und dann war es das auch. Also wir hatten die Tomb Raider-Reboot-Trilogie natürlich, die durchaus erfolgreich war, was Verkäufer angeht, die aber halt auch sehr, sehr teuer war und die unterm Strich deswegen recht wenig Gewinn eingeworfen hat. Wir hatten die beiden Deus Ex-Spiele, die von den Kritikern sehr, sehr gelobt wurden, die bei vielen Fans der Reihe gut angekommen sind, die aber auch finanziell nicht so viel Gewinn eingebracht haben, wie Square das gerne gehabt hätte. Und dann hatten wir so einen Games-as-a-Service-Versuch mit dem Marvel's Avengers, der nach hinten losgegangen ist, weil das komplette Endgame im Prinzip komplett generisch war und keinen Spaß gemacht hat. Und wir hatten dann das sehr, sehr gute Guardians of the Galaxy, was dann wieder ein Story-Singleplayer-Erlebnis war, was für eine ganze Reihe von Leuten im letzten Jahr auch eins der Top-Spiele des Jahres war, das sich aber dann auch wieder nicht so gut verkauft hatte, wie Square Enix das gerne gehabt hätte. Sprich, die ganzen Studios, die ich eben genannt hatte, da waren die Gewinnmargen am Ende wirklich nur minimal. Und gleichzeitig hat Square dann halt andere Studios aus der eigenen Ecke, Japan und so, die dann eben mit Mobile zum Beispiel sehr, sehr hohe Gewinne eingefahren haben. Und tatsächlich möchte man sich dementsprechend jetzt bei Square Enix ein bisschen umstrukturieren, beziehungsweise den Fokus ein bisschen ändern. Und zwar mehr investieren in die Bereiche, und jetzt wird mir ein bisschen schlecht, Mobile, Blockchain und die ganze Metaverse-Geschichte. Und dafür möchte man dann auch einen guten Teil dieser 300 Millionen US-Dollar, die man jetzt dafür bekommen hat, möchte man da reinstecken. Und dafür verzichtet man dann halt auf wirklich sehr, sehr starke Marken, wie eben in Tomb Raider und Deus Ex, auf sehr, sehr starke Studios, die auch einen sehr, sehr guten Ruf genießen. Und die Abracer Group, die freut sich jetzt. Die ist ja eh schon seit vielen Jahren dabei, sich immer größer aufzustellen durch Akquirierung. Das ist ja ein schwedischer Medienkonzern, der mittlerweile eine ganze Reihe von Tochterunternehmen unter sich vereint. THQ Nordic und Koch Media sind sicherlich zwei Größe, die man da sofort auf den Schirm hat. Aber eben auch seit letztem Jahr Gearbox Entertainment, das Studio hinter Borderlands-Reihe, wo auch übrigens Perfect World Entertainment mit dazu gehört, die ja durchaus das ein oder andere MMO auch gepublisht haben. Und da hat man dann noch Saber Interactive und Coffee Stain. Und sie haben mit, wie heißt der Verlag, mit Asmodee quasi einen der größten Brettspiel-Verlage der Welt gekauft für 2,75 Milliarden Euro letztes Jahr. Also, die investieren richtig viel Geld, um sich richtig groß aufzustellen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Spiele momentan bei denen in der Entwicklung sind. Waren, weiß ich nicht, an die 300 irgendwie so um den Dreh. 230 waren es. 124 Studios sind bei denen mittlerweile. 14.000 Angestellte. Das ist Wahnsinn. Und was ich bei der Embracer Group halt recht schön finde, weswegen ich auch diesen Deal so spannend finde, die haben überhaupt kein Problem damit, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und sich quasi auf Double A, Old School, Story oder Nischenproduktion zu konzentrieren, die so ein bisschen in eine andere Ecke gehen, als eben bei vielen anderen Publishern und großen Entwicklern der Fall ist. Da hat man eben kein Problem damit. Auch mal ein, was ist da zuletzt alles erschienen? Wir hatten da zum Beispiel das Destroy All Humans, die Neuauflage, ein Nischenspiel. macht aber, macht aber in der Neuauflage Laune, hat da seine Fanbase, haben sie jetzt rausgebracht, erfolgreich. Dann hatten wir, wie heißt nochmal dieses, dieses Echtzeitstrategiespiel, ich komme gerade nicht drauf. War auch sehr ungewöhnlich, dass sie da einen dritten Teil gebracht haben und das Ganze dann sogar nochmal als Neuauflage auf dem PC veröffentlicht haben. Ähm, aber ja, lauter, lauter so Spiele, die, die im Prinzip nicht als Games as a Service ausgelegt werden und, und hinter denen jetzt auch nicht so riesen AAA-Budget steckt, sondern, die machen was mit diesen Marken und ich, Spellforce, Spellforce 3, genau, Reforced, heißt die Neuauflage. Und, äh, ja, da haben sie auch gute Arbeit mit geleistet. Also diese, diese Reforced-Version, die, die ist echt gut, die macht, die macht Spaß. Das ist ein tolles Rollenspiel geworden. Und, man sagt auch, dass, äh, die Embracer Group ihren Studios freie Hand lässt, ja, dass die Leute das entwickeln können, was ihnen liegt. also da muss dann, äh, da muss dann halt jemand, der am liebsten halt solche AAA-Story-Geschichten macht, der muss dann halt nicht plötzlich so ein Marvel Avengers entwickeln mit irgendwelchem generischen Games as a Service Kram, sondern der kann sich auf seine Stärken konzentrieren. Und deswegen bin ich da auch gespannt, äh, es wurde ja schon angekündigt, dass ein neues Tomb Raider entstehen soll in Unreal Engine 5, das war schon vor der, vor der Übernahme, wie das Tomb Raider werden wird. Weil ich glaube einfach, dass, die drei neuen Studios da jetzt tatsächlich, äh, freie Hand haben werden, um ihre Wunschprojekte umzusetzen. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass, äh, Marken wie in Legacy of Cain, von denen man ewig nichts gehört hat, dass, dass man die jetzt aus dem Keller holen könnte, um da ein neues, cooles Spiel zu entwickeln. Das war ja auch, Legacy of Cain war ja auch in der, in der Pressemitteilung, äh, nochmal extra genannt. Und, da bin ich, bin ich sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Auch was den Deus Ex angeht, was den Thief angeht. Da könnten uns, äh, einige ganz coole Spiele erwarten in ein paar Jahren. Definitiv. Ich finde es halt schön, dass es da nochmal so eine Gegenbewegung einfach gibt, dass der ganze Markt sich nicht in eine Richtung bewegt, die uns zumindest, äh, ja überhaupt nicht gefällt, dieses Games as a Service. Ähm, man muss es natürlich anerkennen, dass es funktioniert einfach, dass es eine Gelddruckmaschine sein kann, sondergleichen, ähm, dass es deswegen halt auch fast jeder macht. Also, wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie viele Millionen oder Milliarden, äh, Spiele wie FIFA, äh, pro Jahr einnehmen, nur mit Mikrotransaktionen, mit dem Service-Gedanken und nicht durch den Verkauf, ähm, da können natürlich so klassische Singleplayer-Spiele einfach, die können da nicht mithalten. Das, äh, führt keinen Weg dran vorbei. Aber dass es, dass es Firmen gibt, die dann sagen, hey, okay, äh, dann produzieren wir jetzt nicht mehr ganz auf dem Super-Ultra-Triple-Quadruple-A-Niveau, ähm, aber sorgen dafür, dass die, dass die, die Spieler trotzdem noch coole Spiele bekommen. Das finde ich, äh, aller Ehren wert. Und ich finde es tatsächlich auch spannend, du hast jetzt gerade aufgezählt, was alles zu Embracer gehört. Und der Name ist ja trotzdem so gut wie niemandem ein Begriff, weil er halt nicht als direkter Publisher oder als direkter Entwickler in der Regel auftritt. Ja, da, über den Namen stößt man im Prinzip nur hier über solche, äh, Akquirierungs-News. gerade wahrscheinlich auch bei Embracer, weil das eben lange, vor allen Dingen als, als THC Nordic bekannt war. Und, äh, das natürlich auch dann so immer noch, äh, ich sag mal, ein sehr öffentlicher Teil des Unternehmens ist. Also, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel, hatten wir auch so ein Streaming-Event und da war eben THC Nordic der Host und dann liefen die ganzen Trailer, die da gezeigt wurden, und Ankündigungen eben unter dem Label. Und dementsprechend, äh, wird dann meistens von THC Nordic gesprochen, wenn man eigentlich dann wahrscheinlich Teile der, der Embracer-Group meint. Ja, aber es ist halt, äh, einfach spannend zu sehen, wie, wie groß dieser Medienkonzern allein in den letzten Jahren geworden ist und was da mittlerweile alles dazu gehört, dass, wie viele Marken da liegen und, und dass sie eben auch mit diesen Marken eine ganze Menge machen. Ja, und was macht jetzt Sony, nachdem Sony Square Enix nicht gekauft hat? Sony hat, äh, angekündigt tatsächlich, dass man in Zukunft, das, äh, kommt uns eigentlich auch entgegen, noch mehr Geld in die eigenen First-Party-Spiele investieren wird. Es bleibt auch weiterhin der Plan, dass, äh, Akquirierungen vorgenommen werden sollen, da, wo es Sinn macht. Details haben sie, haben sie keine genannt. Es gab ja Gerüchte tatsächlich, dass Sony daran arbeitet, ein traditionsreiches Unternehmen, äh, zu übernehmen, dass da quasi die finalen Verhandlungen laufen. Das ist mittlerweile aber auch schon ein paar Wochen her. Keine Ahnung, ob da noch was kommt, ob das vielleicht nur Fake News waren von Insidern, die sich wichtiger genommen haben, als sie sind, ob die Insider vielleicht falsche Infos bekommen haben oder ob da einfach die Verhandlungen gescheitert sind. Das erfährt man dann ja meistens nicht mehr. Aber, äh, ja, mehr Investitionen in First-Party-Spiele finde ich gut, weil viele von den First-Party-Geschichten von Sony natürlich richtig, richtig gut sind. Äh, einfach nur mal so ein paar Sachen reingeworfen. Die Uncharted 3, The Last of Us, God of War, Gran Turismo, Ghost of Tsushima, Jack and Dexter, Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man, Horizon, natürlich jetzt auch mit dem zweiten Teil dieses Jahr, Demon's Souls, das Remake, Days Gone, Shadow of the Colossus, Return of Killzone, Bloodbone, alles Sachen, die entweder von First-Party-Studios gemacht wurden, oder die exklusiv für Playstation-Konsolen erst mal erschienen sind. Und viele, viele weitere. Also, da gab es ja eh schon eine starke Qualität. Diese Qualität will man weiter pushen in den nächsten Jahren. Das ist eine gute Nachricht. Und gleichzeitig hatten sie natürlich schon von einer kleinen Weile angekündigt, dass sie ihr komplettes Playstation-Plus, Playstation-Now-Angebot über den Haufen werfen oder konsolidieren wollen in einer neuen Playstation-Plus-Variante, die wiederum aus mehreren Varianten besteht. Quasi das heutige Playstation-Plus heißt dann ab Juni, da wird das bei uns in Europa umgesetzt, ich glaube 23. Playstation-Plus-Essential, da hat man dann quasi all das, was man jetzt auch im Playstation-Plus hat, also hier die monatlich kostenlosen Spiele, die man sich in die Bibliothek hauen kann, die Rabatte, den Multiplayer-Part, all das ist dann wieder mit dabei. Und dann gibt es eben noch für unsere Region zwei zusätzliche Varianten, nämlich Extra und Premium, die jeweils ein bisschen teurer sind. Und da war ja das Versprechen, dass man bis zu 700 zusätzliche Spiele oder eine Bibliothek aus bis zu 700 Spielen sich freischalten kann über Extra und Premium. Und jetzt haben sie erstmals diese Woche verraten, welche Spiele mit dabei sein werden. Das waren nicht die vollständigen Listen, das war quasi nur ein erster Einblick in diesen Katalog. Aber da erfahren wir zum Beispiel, dass bei Playstation-Extra, dass man für 13,99 im Monat sich buchen müsste, dass man da tatsächlich eine ganze Reihe von starken Spielen mit dazu bekommt. Zum Beispiel die Uncharted Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, The Last of Us, das Remastered, Shadow of the Colossus, das Returnal, der Playstation 5 Exklusiv-Titel, den ich eben schon kurz erwähnt hatte, Marvel's Spider-Man und Miles Morales, Horizon Zero Dawn ist mit dabei, das erste God of War, also nicht das allererste God of War, sondern das God of War für die PS4, das ja bald seinen Nachfolger bekommen wird, ist mit dabei, der Directors Cut von Ghost of Tsushima, Demon's Souls, der PS5-Titel, Days Gone, Bloodborne, dann auch noch eine ganze Reihe von Drittanbieter-Spielen wie Guardians of the Galaxy, was wir eben schon hatten, Red Dead Redemption 2, das Resident Evil für die PS4, The Division ist mit dabei und auch ein Assassin's Creed Valhalla und da merkt ihr schon, es haben sich auch einige Ubisoft-Spiele hier rein verirrt, tatsächlich soll es der Plan sein, dass ihr das Ubisoft Plus-Angebot, also das Uplay Plus-Angebot, dass ihr das bald halt auch ab Playstation Plus extra ebenfalls bekommt. Das ist jetzt noch nicht vollständig der Fall, das ist jetzt nur eine Auswahl von Spielen, die im Juni mit dabei sein wird, unter anderem eben Valhalla oder The Division, was ich eben genannt hatte und das soll dann im Laufe der Zeit eben noch erweitert werden, sodass alle die, die quasi ab Playstation Plus extra gebucht haben, also extra oder premium, dass die dann eben auch dieses Ubisoft-Angebot noch zusätzlich sich aktivieren und wer dann noch mal ein paar Euro mehr in die Hand nimmt, nämlich insgesamt 16,99 im Monat, da gibt es natürlich dann auch Abstufungen vierteljährlich, jährlich, wo man ein bisschen sparen kann, der bekommt dann auch noch eine ganze Reihe von Klassikern für die erste Playstation, für die zweite Playstation, für die dritte Playstation, für die PSP und auch da wurden schon eine ganze Reihe von Sachen genannt, unter anderem Siff & Filter von der ersten Playstation, Tekken 2 von der ersten Playstation, wir haben diverse PS3-Titel wie in Demon's Souls und in Famous, Ratchet & Clank für die verschiedenen Teile, Resistance 3, wir haben auch eine ganze Reihe von Remastered-Spielen wie Jack 2, Jack 3, Wild Arms 3, Ape Escape 2 und wir haben auch noch Remastered-Titel von Drittanbietern wie in Bioshock, Remastered, Borderlands, The Handsome Collection, die Remastered-Version von Bulletstorm, die hieß glaube ich Full Clip Edition, das Re-Reckoning von King Yes of Amalur, da sind wir wieder bei THC Nordic, nur die denken sich so bescheuerte Remastered-Titel aus und Flo, wenn du das hörst, das war ein Kompliment, die sind eigentlich ganz witzig, ja, also, da kann man sich durch die ganze Liste, die Sony da veröffentlicht hat, die findet man bei uns auf Buffed, da kann man sich mal durchscrollen, ich weiß nicht, Phil, ob, ob du das schon durchgeguckt hast, als, als Sony die erste Ankündigung gemacht hat, habe ich oft gelesen und das war auch so im Prinzip mein größtes Fragezeichen, klingt alles schön und gut, aber welche Spiele werden dabei sein, das wird ja davon abhängig sein, was man eventuell buchen möchte, wenn man überhaupt was buchen möchte und mein erster Eindruck war jetzt erstmal, aber das muss man natürlich aus der Sicht eines Games-Redakteurs sehen, habe ich fast alles leider schon gespielt, das einzige, was für mich persönlich interessant wäre, wäre tatsächlich Valhalla und das Returnal und dann wird es schon knapp. Ja, ich bin kurz eingeschlafen, als du aufgezählt hast. Nein, für mich wären da tatsächlich einige Spiele dabei, weil ich bin nicht der Consolero, wie du es zum Beispiel bist, habe viele von den berühmten Konsolenspielen gar nicht gespielt und auch tatsächlich ist mein Geschmack da auch so ein bisschen anders, also ich habe einige davon zwischenzeitlich mal angespielt, sowas wie die Uncharted-Reihe oder Last of Us-Reihe oder sowas und habe sehr viele dieser Spiele nach zehn Stunden wieder beiseite gelegt, weil ich gedacht, hm, naja, Story zündet nicht, Gameplay ist okay, aber ist jetzt nichts, was mich die nächsten 20 Stunden daran fesselt. Aber im Prinzip ist es ja genau dasselbe wie mit dem Xbox Game Pass. Du brauchst die dementsprechenden Spiele und damit es funktioniert und was Sony jetzt einfach auch machen muss, ist irgendwie klarstellen, wie sie mit Neuerscheinungen, wie sie das mit Neuerscheinungen handhaben. Also Microsoft zum Beispiel hat das ja relativ klar kommuniziert, dass so ziemlich jede Neuerscheinung, die kein absoluter AAA-Titel ist, im Game Pass landen wird und auch die AAA-Titel nach kurzer Zeit im Game Pass landen wird und das muss Sony jetzt in meinen Augen klarstellen, ob sie da genauso verfahren werden, ob sie sich da am Game Pass orientieren. Haben sie schon klargestellt. Ja. Sie werden das auf gar keinen Fall machen. Ja, und dann ist halt dieser PlayStation Plus was ganz Schönes, um es mal zu aktivieren, um irgendwie zwei, drei Sachen zu spielen, aber es ist halt nichts wie ein Game Pass, den du abschließt und der dann halt die nächsten Jahre einfach aktiv ist, in meinen Augen. Also sie haben schon gesagt, dass sie natürlich diese Liste jeden Monat erweitern werden und da gab es auch ganz klar so Zeiträume, wann das passieren soll, Anfang des Monats kommt das, Mitte des Monats kommt das, also jetzt nicht detailliert die Spielenamen, weil es stehen ja nicht mal die vollständigen Listen fest, aber zumindest für welche Plattformen und für welche Abo-Modelle was dann kommen soll. Aber Jim Ryan, der PlayStation-Chef, der hat ja schon sehr, sehr früh dann gesagt, dass man sehr, sehr zufrieden ist grundsätzlich wie das eigene System funktioniert, also dass man eben diese großen Titel hat, die dann gelauncht werden, die dann verkauft werden und die dann eine Menge Geld einbringen. Geld, das man dann in neue Projekte investieren kann, die ebenfalls wieder geiler Scheiß werden im besten Fall, sich toll verkaufen, die dann eine Menge Geld einbringen und das ist so der Zyklus, den Mark Jim Ryan. Und da möchte er auch nicht ausbrechen und das möchte er auch nicht Das ist ja auch vollkommen legitim, wenn man diesen Zyklus mag, aber dann brauche ich kein PlayStation Plus. Nö, du vielleicht nicht. Oder dann wird PlayStation Plus halt niemals dem Xbox Game Pass Konkurrenz machen. Ja, bleibt abzuwarten. Die Abozahlen vom PlayStation Plus Modell, die es derzeit gibt, wischen erstmal mit dem Game Pass den Boden. Ich muss dazu sagen, jetzt aktuell ist es natürlich auch noch günstiger als jetzt das, was man jetzt zum Beispiel für extra bezahlen müsste, die 13,99. Gerade wenn man das auch für das ganze Jahr einschließt, aber man kriegt derzeit natürlich auch vergleichsweise wenig, vor allem im Vergleich zum Game Pass. Ja, und du musst ja auch sagen, die aktuellen PlayStation Plus Abonnenten, ja, du hast gesagt, das ist viel billiger, weil ich glaube auch, dass die meisten das halt abgeschlossen haben für Online-Multiplayer. Ja, also die Leute, die ich kenne außerhalb meines Arbeitsumfeldes, die eine PlayStation haben und PlayStation Plus aktiv haben, die haben das zum FIFA-Zocken. So, und für nichts weiter. Die zocken damit halt FIFA Online. Und die werden keine 14 Euro im Monat bezahlen dafür, dass sie Ghost of Tsushima spielen dürfen. Und ich glaube, das ist der mit Abstand größte Teil der derzeitigen Plus-Abonnenten. Aber ist ja nicht schlimm, an denen verdient Sony ja auch, durch das Essential. Das wird dann jetzt genauso viel kosten wie das normale PlayStation Plus. Das heißt, da haben sie immer noch ihre Einnahmen. Die Frage ist dann natürlich, wie viele aufwerten werden auf Extra und Premium. Und wie man da auch aufwerten kann. Da glaube ich halt, ist die Zahl sehr überschaubar. Also gerade auf Premium. Ich meine, was beim Premium dabei ist, was bei dem Rest nicht dabei ist, sind ja die ganzen alten Spiele. PS3, PS2, PS1. Ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die da noch ein paar Euro im Monat drauflegen, um alte PlayStation 1 und 2 Spiele spielen zu können. Ich mag mich da sehr täuschen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass dieses PlayStation Plus Prinzip, was sie jetzt da einführen, zu zaghaft ist, zu zögerlich. Microsoft hat mit dem Game Pass ein Produkt aus dem Boden gestemmt, mit dem sie unglaublich viel Verlust gemacht haben in den ersten Jahren und wahrscheinlich auch jetzt immer noch jährlich oder monatlich Verlust machen und auch auf absehbare Zeit noch Verlust machen werden, um sich quasi einen Stamm aufzubauen. Ähnlich wie es frühe Streaming-Dienste im Fernsehen, also im Netflix und so weiter, die auch erstmal nur Verluste gemacht haben, um sich die Spielerschaft aufzubauen. Und dann irgendwann fängt das System an sich zu rentieren. Und PlayStation geht hier, glaube ich, vielleicht aufgrund fehlender finanzieller Mittel, vielleicht aufgrund von fehlenden Corona, das weiß ich nicht, den Weg, ein Angebot auf den Tisch zu stellen, was sich hoffentlich direkt rechnet und dementsprechend halt sehr viel kleiner angedacht ist. Und ich glaube nicht, dass es auf Dauer wirklich gut funktionieren wird. Ja, das wird wahrscheinlich schwer vergleichbar sein, weil du müsstest dann ja quasi die Launch-Einnahmen der jeweiligen Spiele plus die Abos miteinander vergleichen. Und das ist natürlich relativ schwer vergleichbar. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Mike... Ja, aber bleiben wir doch mal einfach beim konkreten Beispiel. Kennst du irgendjemanden, der 17 Euro im Monat für PlayStation Plus bezahlen wird und sich trotzdem die neuen Gears-of-War-Teile und so weiter für 70 Euro kaufen will? Das würde schon wahrscheinlich beim ersten scheitern. Also das Problem an diesen alten Generationen ist ja die ersten Jahre der 3D-Engines die sind nicht so gut gealtert. Und es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der das mal einen Monat macht, um vielleicht mal in so einen liebgewonnenen Klassiker reinzuschauen, nur um dann zu merken, dass die Erinnerungen trügen. Und dann lässt das nach dem Monat wieder sein. Es haben ja auch eine Menge Leute hier diese ganzen Retro-Konsolen gekauft, einmal reingespielt und dann in den Schrank gestellt. Was? Ich spiele heute noch Rainbow Road in Mario Kart. Großartig. Aber ich glaube tatsächlich, ja, das ist, glaube ich, auch nichts, was ich so super attraktiv finde. Aber das mögen andere Leute anders sehen. Ich hätte mir auch gewünscht, da gebe ich dir absolut recht. Ich will jetzt auch keine super heftige Diskussion darüber führen, dass sie beim Extra ruhig noch zum Beispiel so ein Ratchet & Clank Rift Apart mit dazu hätten reinschmeißen können als PS5-Exklusivtitel. Und dass sie zumindest so als Statement hätten raushauen können, dass Exklusivtitel zumindest in sehr absehbarer Zeit dann in dem Ding landen, wenn auch nicht direkt zum Launch. Das ist ja so ein Punkt. Wann kommen solche Sachen, wie zum Beispiel das God of War 2, also Ragnarok, werden die irgendwann ins Extra kommen? Sicherlich. Aber wie lange wird es dauern? Und ist das dann für die Leute noch interessant? Interessant genug, um dann vielleicht mal auf Extra abzugraden? Und wie findet man da die Balance, dass man Leute vom Kauf vielleicht abhält? Weil man das macht. Zum Beispiel, also ich hätte letztens mal auch, habe ich durch den Shop geblättert und habe geguckt, was es da Neues im Sony-Shop gibt und bin da auch über den einen oder anderen Titel gestolpert, auf den ich durchaus mal Bock gehabt hätte. Dachte mir dann aber, im Juni wird eh PS Plus umgestellt. Warum soll ich mir das jetzt kaufen, wenn das da vielleicht dann irgendwie als Teil des Angebots mit dabei ist? Das kannibalisiert sich dann so ein bisschen gegenseitig. Genau, das kann dann natürlich passieren. Ich finde, das Ganze wirkt so ein bisschen wie eine teurere, schlechtere Version von Disney Plus, wo du dann auch, hey, wir haben ganz viel Kostenloses zu gucken, in der Regel alter Scheiß, also bei Disney Plus nicht ganz, aber hier in der Regel alter Scheiß und wir hängen euch dann aber die teuren Sachen immer noch vor die Nase, die ihr trotzdem kaufen müsst, obwohl ihr schon monatlich Unmengen an Geld ausgebt und er meint, dass 14 Euro für extra und 17 Euro für Premium ist halt nicht wenig. Also es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sich einmal im Jahr, irgendwie weiß ich nicht, bei Amazon, wenn da Black Friday ist oder sowas, zwölf Monate Playstation Plus schießen für ein paar Euro und die haben jetzt natürlich die Möglichkeit, quasi die restlichen Monate, die jetzt noch laufen, sich quasi für den Aufpreis, was dann ja nicht mehr ganz so viel ist, dann extra zu holen. Aber auch da habe ich schon aus den Kommentaren hier und da rausgelesen, dass sich die Leute da mehr Flexibilität wünschen, weil im Moment steht es in der FAQ so, dass du dann quasi automatisch diesen kompletten Restzeitraum deines Abos umschaltest. Die Leute hätten es aber dann lieber, dass man mal so einen Monat rein lungst, um zu gucken, was das da so bei extra gibt und sich vielleicht den einen oder anderen Titel anschaut und dass man dann halt jederzeit wieder zurück auf Essential switchen kann. Ja, ich finde tatsächlich, auch bei der Preisgestaltung ist es auch, sieht man, dass Sony da eindeutig darauf zielt, dass die Leute langfristig das abschließen, egal ob sie es dann irgendwann weiter benutzen oder nicht. Wenn ich mir angucke, dass der Unterschied beim Teuersten, beim Premium zum Beispiel, 17 Euro im Monat oder hochgerechnet, wenn du das ganze Jahr abschließt, dann sind es halt nur noch 10 Euro im Monat. Das sind schon krasse Unterschiede, finde ich. Ja, super krass. Also das ist auch tatsächlich etwas, was Sony ganz anders macht als Microsoft. Also den Game Pass über ein komplettes Jahr abschließen, das geht gar nicht. Und bei Sony bekommst du halt für das Playstation Plus Abo bekommst du immer satte Rabatte, wenn du das für so ein komplettes Jahr abschließt. Das ist wirklich sehr, sehr ja, schnell zu erkennen, dass das Sony hier auch eine klare Strategie verfolgt, Leute langfristig an sich zu binden und dafür dann eben auch auf Geld zu verzichten. Also ich finde, dass das Playstation Plus, das neue Angebot, finde ich prinzipiell okay, um die alten Spiele oder die älteren Spiele wie Death Stranding oder Returnal oder sowas, die ja jetzt keiner mehr für 70 Euro irgendwo kauft oder so gut wie keiner mehr, um die nochmal der breiten Masse näher zu bringen, um damit noch ein bisschen Geld zu generieren für zukünftige Projekte und so weiter. Finde ich alles gut, aber dafür sind die Preise einfach viel zu gesalzen. Also das sind Preise, wo ich erwarten würde, dass da die neuen AAA-Titel eine Woche nach dem Release irgendwie drin sind zum Spielen und nicht alter Käse. Ja, bei den 17 Euro, äh, das wäre mir dann auf Preis auch nicht wert. Extra werde ich tatsächlich mal mir ein paar Monate anschauen. auch einfach, weil, ne, ich hab, ich hab auch so ein, so ein zwölf Monate Abo, was dann halt laufen wird und sobald ich das aufwerte, wird's halt dann die restliche Laufzeit extra sein und das Spiel, was, was ich mir da jetzt halt, äh, am ehesten ausgeguckt hab, um dann mal reinzuspielen, ist Valhalla und das ist bekanntlich irgendwie 300 Stunden lang oder 5000. Ja, und da musst du jetzt sagen, du, du bist jetzt eine, also du, bist schon einer von den Menschen, die sagen, ah, ja, ist schon ein bisschen teuer vielleicht und ich mach mal das extra, nicht das Premium und guck da mal ein bisschen rein und du bist ja aber schon, gehörst ja schon zu den Menschen, die extrem viel an der Konsole spielen. Für die, für 95 Prozent aller anderen Konsolenspieler ist es ja dann noch ein, noch schlechteres Angebot, als es für dich ist. Daher, ich glaube nicht, weiß man nicht, ne, ich, ich hab halt den Nachteil, dass, weil ich so viel spiele und auch halt viel für die Arbeit mir angucke, dass ich halt die ganze Liste hoch und runter fast schon gespielt hab und halt auch wirklich die ganzen Perlen alle schon kenne, bis auf 1, 2, 3 Ausnahmen und Gelegenheitsspieler könnten jetzt natürlich sagen, okay, ich hab mir halt fast den ganzen Katalog noch nicht angeguckt, weil ich halt eben normalerweise nicht so viel Geld für Spiele ausgebe, schon gar nicht, wenn die jetzt in der PS5-Ära 70, 80 Euro Kaufpreiskosten zum Launch, jetzt hätte ich mal die Möglichkeit, so in das eine oder andere reinzuspielen, dann investiere ich halt mal meine 14 Euro zumindest und nimm mir mal einen Monat. Ja, aber brauchen Gelegenheitsspieler das? Also, ich weiß nicht, das sind 14 Euro im Monat. Und wenn ich jetzt sag, als Gelegenheitsspieler, ich will jetzt mal dieses Spiel spielen, ich hab jetzt einfach mal geguckt, was die Spiele kosten. Ich hab jetzt einfach mal das erste, was in meiner Liste hier steht, The Last of Us Remastered, das kostet mich, wenn ich's kaufe, 8 Euro. Da gebe ich doch keine 14 Euro für ein Monatsabo aus, um das zu spielen, wenn ich Gelegenheitsspieler bin und weiß, dass ich sowieso in dem Monat keine drei Spiele irgendwie spielen werde. Ja. Ich find's kritisch. Wenn's dann natürlich nur das ist, macht das keinen Sinn. Ich mein, auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Millionen Menschen auf der Welt, die monatlich ihr Fitnessstudio bezahlen und seit sechs Monaten nicht mehr da waren und trotzdem weiter bezahlen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen hier Sony-Intension, dieses typische, ah, wir verkaufen mal die langfristigen Verträge und dann haben wir das Geld einfach, ob die es dann spielen oder nicht. Das interessiert uns dann im Zweifel nicht mehr. Man muss aber sagen, dass auch bei Microsoft nicht alles grün ist, auch wenn das jetzt vielleicht bei dir zwischen... Nein, auf gar keinen Fall. Womit wir, glaube ich, beim letzten Thema für heute sind. Nämlich die spannenden Exklusivtitel, die Microsoft dieses Jahr zu bieten hat. Oder auch nicht dieses Jahr. Das, äh... Da hat Microsoft tatsächlich... Also, wir wissen ja schon lange, dass Microsoft mit Exklusivtiteln für die eigene Konsole beziehungsweise einfach von den eigenen First-Party-Studios in den letzten Jahren ein bisschen alt aussah im Vergleich zu Sony. Deswegen haben sie ja eine Menge Geld investiert, um Studios zu kaufen und das schon vor Bethesda, Cinemax und jetzt zuletzt Activision Blizzard. Das Problem ist, dass die Spieleentwicklung lange Zeit dauert und man merkt noch nicht viel davon. Wir haben letztes Jahr hatten wir so Klassiker, also so... Blockbuster wie Halo und das Forza Horizon 5, das wie eine Kopie von Teil 4 aussah, nur wie im anderen Setting und Halo. Da merkte man halt, dass sie die Open World komplett eingedampft haben, um das irgendwie noch auf annehmbare Qualität releasen zu können zu einem annehmbaren Entwicklungszeitraum. Das war abseits vom Gameplay auch eher so eine halbgare Geschichte und jetzt dieses Jahr hatten sie natürlich einen großen Hoffnungsträger, frisch eingekauft letztes Jahr von Cinemax Bethesda und das war natürlich das Rollenspiel, Sci-Fi-Rollenspiel Starfield, das auch noch zu einem wunderschönen PR-Termin kommen sollte, nämlich am 11.11.2022, also genau elf Jahre nach Skyrim und ich für meinen Teil war mir auch ziemlich sicher, dass sie diesen Termin bis aufs Blut verteidigen werden. Dass das Team von Todd Howard lieber Features rausschneiden wird, als diesen Termin zu verschieben und das war lustigerweise auch etwas, was ein ehemaliger Bethesda-Mitarbeiter, der an dem Spiel mitgearbeitet hat, auf, in einem Forum von Resetera dann quasi geleakt hat, also er hat dann quasi einfach naiv nicht, nicht wahrscheinlich an seine Verschwiegenheitsklauseln gedacht, hat er dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch sein Eindruck war, als er das Unternehmen verlassen hat, dass man diesen Termin auf jeden Fall durchdrücken möchte. Ja, und jetzt gab es eben die offizielle Mitteilung, Starfield und der Open-World-Koop-Shooter Redfall entsteht gerade bei den Studios in Arcane Austin, werden beide verschoben von von 2022, also beide hatten quasi schon ein Release, Starfield habe ich ja eben gesagt, dass Redfall sollte im September diesen Jahres kommen, werden auf nächstes Jahr verschoben und zwar erste Jahreshälfte, das heißt, da gibt es noch nicht mal einen konkreten Termin und das ist natürlich schon hart für Microsoft, weil die Zahl der Exklusivtitel, die sie dieses Jahr rausbringen, von was, zwei auf null geschrumpft ist zumindest von den relevanten Exklusiv-Themen. Mir fällt jetzt auf jeden Fall zumindest kein anderer großer Blockbuster-Release aus, außer natürlich, sie kündigen jetzt noch im Sommer überraschend irgendwas an, aber das bedeutet natürlich dann zwangsweise auch, dass der Xbox Game Pass in diesem Jahr nicht mehr ganz so attraktiv ist, weil man im November eben nicht Starfield für in Anführungszeichen lau abgreifen kann. Und ja, das fand ich absolut bemerkenswert, dass sie da tatsächlich gesagt haben, frühzeitig, also wir reden jetzt von Mai 2022, es ist noch eine ganze Weile bis zum Release, dass sie jetzt schon klar machen, okay, Leute, wir sagen euch jetzt schon mal, was Sache ist, nämlich, wir brauchen noch viel mehr Zeit und die werden wir uns nehmen und dafür verzichten wir auch auf diesen Termin, den wir wirklich, wirklich gerne gehabt hätten, aber geht nicht anders, weil das Spiel soll gut werden. Ja, und das finde ich tatsächlich auch gut, also ich finde es besser, wenn Spiele verschoben werden, als wenn sie unfertig released werden, ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so. Tatsächlich, also ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler meistens da sehr viel Verständnis für haben und das gut finden, weil sie eben keinen Bock haben auf ein unfertiges, kaputtes Spiel, das sie zum Launch irgendwie erleben. Und ich glaube, Microsoft hat da auch die Spieler gut verstanden und gut interpretiert, was die Spieler wirklich wollen, indem sie es so frühzeitig ankündigen, weil wir hatten das ja in der Vergangenheit öfter mal, dass Spiele dann irgendwie zwei Wochen vorher verschoben wurden, Shadowlands wurde, glaube ich, relativ zeitnah erst verschoben, egal, auf jeden Fall, dass Spiele irgendwie zwei Wochen vor Release verschoben wurden und da waren die Spieler dann eher angepisst, weil sie sich dann darauf schon gefreut haben, die Vorfreude ist gestiegen, der ein oder andere vielleicht zwei Tage Urlaub genommen dafür oder sowas und dann ist es natürlich ätzend, wenn es dann heißt, er kommt sechs Wochen später raus oder sowas, aber so frühzeitig, ich meine, niemand sitzt jetzt zu Hause auf der Couch am Schreibtisch und sagt, November, November, Starfield, Starfield, sondern man ist dann eher so, wenn Starfield irgendwann kommt, das wird großartig und ob das jetzt dann in acht Monaten oder in 14 Monaten ist, spielt für die Gemütsverfassung relativ wenig Rolle, sondern da überwiegt dann einfach das positive Gefühl, okay, sie versuchen es nicht auf Biegen und Brechen, sondern ihnen ist es wichtiger, dass das Spiel gut wird, als schnell Kohle zu verdienen. Vor allen Dingen, wenn das stimmt, was dieser ehemalige Mitarbeiter erzählt hat, denn er meinte zum Beispiel, dass sich das Schießen in dem Spiel schon sehr, sehr gut anfühlen soll, aber man kann, es ist ja Sci-Fi-Rollenspiel und in den Trailer hat man ja auch gesehen, geht darum, Planeten zu erkunden, Weltraum rumzufliegen und es soll tatsächlich manuelles, freies Fliegen durch den Weltraum geben, aber dieses Fliegen an sich fühlt sich noch nicht wirklich gut an, als er das das letzte Mal testen durfte und auch sonst gibt es noch eine ganze Menge Features und Systeme, die noch nicht final implementiert sind und deswegen meinte er auch, wenn sie diesen Termin halten wollen im November, müssen sie Dinge rausschneiden, weil man diese ganzen offenen Baustellen in den kommenden Monaten nicht alle gelöst bekommt. Natürlich immer die Frage, wie viel es davon war, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber diese Verschiebung gibt jetzt zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass dieser ehemalige Mitarbeiter da keinen Blödsinn erzählt hat, dass da tatsächlich noch einiges zu tun ist und wie weit Bethesda jetzt tatsächlich in der Entwicklung ist, das dürften wir wahrscheinlich in recht kurzer Zeit erfahren, nämlich am 12. Juni um 19 Uhr ist ein großes Showcase-Event von Microsoft und Bethesda und sie haben nicht angekündigt, was sie da zeigen werden, aber ich würde vielleicht nicht das Leben meiner Kinder, aber vielleicht das Leben deiner Kinder darauf verwetten, dass sie wie großzügig dass sie Gameplay zu Starfeed zeigen werden, also zumindest hieß es letztes Jahr von Todd Howard, dass dieses Jahr im Sommer das Gameplay-Debüt von Starfeed sein wird, 12. Juni ist Sommer, ich glaube, da wird die Verschiebung auch nichts dran ändern, sie werden auf jeden Fall Dinge zeigen, und dann kriegen wir vielleicht auch endlich ein Gefühl davon, was das, ne, 12. Juni ist noch kein Sommer, das ist erst am 19., oder? Echt? Oder 21. Juni? Das bringt jetzt ja meine komplette Argumentationskette durch den Wind, na toll, kurz vor Sommer, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich stimme dir da auch zu, ich würde auch sehr viel darauf hätten, dass wir das dafür zu sehen bekommen. Im Moment weiß man halt nichts außer Konzeptzeichnung und so ein paar Infos, die sie da in den Videos, zum Beispiel, dass es da diesen Roboterbegleiter gibt und was sie planen und das hört sich schon so an, als ob sie wieder so in diese Ecke Fallout beziehungsweise Elder Scrolls gehen wollen, jetzt nur eben in einem neuen Setting, aber die Frage ist natürlich, okay, das ist natürlich, so ein Weltraum ist groß, ja, wir haben an anderen Spielen schon gesehen, die da sehr ambitioniert rangegangen sind, dass sie entweder seit 30 Jahren entwickeln, wie bei Star Citizen oder, Entschuldigung, dass sie voll auf die Schnauze gefallen sind, weil selbst prozedural generiert lässt sich mal eben nicht so ein Universum, ein Weltraum und da ist natürlich dann die Frage, okay, wie sieht das mit der Größenordnung aus und wie funktioniert das Spiel dann aber auch im Kleinen, wenn es um die Interaktion mit Figuren geht, wenn es um die Story geht und so weiter, wie wichtig ist Erkunden, wie wichtig ist Kampf, all diese ganzen Sachen weiß man noch nicht und es ist auch schwer irgendwie aus einem Elder Scrolls, das zum Beispiel in Himmelsrand spielt oder aus einem Fallout, was halt in einer bestimmten Ecke vom verseuchten Amerika spielt, das irgendwie hoch zu skalieren in ein Sci-Fi Weltraumspiel mit weiß ich nicht wie vielen Planeten, da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie da zeigen werden. Ja, ich auch, ich bin prinzipiell großer Sci-Fi-Fan und so ein schönes Rollenspiel im Sci-Fi-Setting gibt es halt nicht so viele, also klar, da gibt es einige, aber die sind dann immer sehr begrenzt und mit wenig Freiheiten gesegnet. Ja, sind wir gespannt. 12.6. hast du gesagt, können wir ja dann nochmal drüber sprechen in einem der kommenden Buffcasts, wenn wir denn da genaueres wissen über das nächste Sci-Fi-Rollenspiel. Jo, am 12. werdet ihr dazu wahrscheinlich nichts mehr auf Buffed lesen, weil das Event ja erst am 19. ist, obwohl, kommt drauf an, wenn ich, wenn da wirklich Hast du nicht eben 12. gesagt? 12. ja, genau. Was habe ich gerade gesagt? Du hast gesagt, am 12. werden wir nichts dazu lesen, weil das Event erst am 19. ist. Ne, weil das Event erst um 19. Uhr ist und am Sonntag, wenn ich das richtig sehe, da hat von uns beiden zumindest keiner Dienst. Am Sonntagabend um 19. Uhr. Aber mal gucken, entweder ich bringe dazu dann was am Montag, dem 20., äh, Quatsch, was rede ich da? 12. doch, am Montag, den 13. oder, äh, das ist so geiles Zeug, dass ich das dann doch noch, äh, äh, am Sonntagabend irgendwie auf die Seite bringe. Denn wir schauen auf jeden Fall, so oder so, werdet ihr auf Buffed dazu natürlich dann Infos finden. Und das macht Carsten traurig. Entweder wird Carsten traurig sein, weil es schlecht ist, oder er wird traurig sein, weil es gut ist und es verschoben wurde. Ich hoffe, dass, dass da sogar noch sehr viel mehr, äh, kommt. Ich meine, wir reden hier von Microsoft und Bethesda und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die allein im Microsoft-Kosmos noch in Arbeit sind und zu denen es endlich mehr Infos geben soll. Ich sag nur, äh, About und Outer Worlds 2 von Obsidian oder das Fable Reboot. Also, ich gebe Ihnen Infos. Ja, das meinte ich ja. Ich meinte ja jetzt nur Starfield, aber ja, wir werden da noch einiges mehr erfahren. Ja, können wir dann in, äh, ungefähr einem Monat nochmal hier gemeinsam darüber sprechen, was da Großartiges kam und wie großartig Starfield wird. Ob Starfield jetzt das bessere Star Citizen wird. Ja. Ich habe schon versucht, bei den Bethesda-Leuten noch so ein paar Infos rauszuquetschen, aber leider bekommt man von denen immer nur keinen Kommentar. Wenigstens bekommst du Antworten. Von den meisten bekommt man ja gar keine Antwort. Naja, ich, ich, äh, war ja eh wieder mit denen, äh, für The Elder Scrolls Online in Kontakt. Da erscheint ja im Juni auch ein neues Kapitel, High Isle. Und da hatten wir auch just gerade ein Gespräch, als die Ankündigung zur Verschiebung rausging. und dann habe ich natürlich mal kurz, äh, gefragt, ob, ob sie irgendwie bestätigen können, dass wir das dann, äh, auf dem Showcase sehen, beziehungsweise ob sie da vielleicht noch irgendwelche Infos hinzufügen wollen. Äh, vielleicht konkret den Grund nennen, aber nein. Ach, voll Profis. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch mit allen Themen, die wir angesprochen haben wollten. Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, Carsten? Äh, nein. Wir haben jetzt, glaube ich, mehr als genug Themen abgedeckt. Der Podcast ist schon wieder viel zu lang geworden. Ach. Ist doch noch nicht lang. Na gut, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ich freue mich auf meinen Urlaub nächste Woche. Ja. Carsten war vorhin in dem Vorgespräch schon etwas neidisch, dass ich nächste Woche irgendwo am Strand liegen werde. Und mir zwischendrin noch Rammstein angucke, weil man kann ja eins mit dem anderen verbinden. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen. und dann haben wir uns mit dem Vorgespräch.